Mich hat mal ein Pferd getreten Hallihallo liebe Freunde der Warcraft Unterhaltung Wir sind wieder am sogenannten Start Donnerstag 17 Uhr Ihr seht schon Wir sind nur zu zweit Und ich weiß gar nicht ob Slash auch schon da ist Ah wundervoll Der hatte noch sein 7 Minuten langes Intro Was da laufen musste Es ist Donnerstag meine Freunde Und das bedeutet Creepjack Weil auch natürlich 17 Uhr ist Einer fehlt Er ist krank Gute Besserung an den Florentin Er muss sich meine Auszeit gönnen Und das Ganze schön auskurieren Slash is muted Ihr habt nichts verpasst Ich bin nicht gemütet Aber sofort gefixt Weil ich Natürlich hier ein professioneller Broadcaster Bin der die Probleme sofort behebt Nur das Problem von Florentins Abwesenheit Das kann ich nicht beheben Das ist richtig Aber ich sag mal so Wo wir zwei Wir unter uns hier Pastorentöchtern Wir kriegen das ja schon hin Und außerdem ist so eine Elffreie Sendung Ist ja auch was Ja Da muss ich sagen Ich hatte wieder sehr viele Elf In den letzten Tagen In der AWL Das ist auch ganz gut Ich hab heute ein Liga-Match Und dann wäre natürlich eigentlich Florentins Liga-Match gewesen Das können wir natürlich auch nicht übertragen Weil der Mann im Bett liegt Deswegen haben wir uns gedacht Heute ist Partyzeit Heute ist Uta-Partyzeit Richtig Du hast hier natürlich wieder eine Map ausgesucht Wo du Vorteile gegen mich hast Wieso Ja weil ich zu blöd dafür bin Das sind doch nur Minigames Ja ich weiß aber Irgendwie ja Ich hab die immer erst dann verstanden Wenn es zu Ende ist Das ist das Problem Ja ein bisschen langsam im Kopf Das ist er der Slash Aber ja Muss man das Speedscroll für deinen Kopf zünden Ja mach ich jetzt Ich hab nämlich meine Nachtdienstwoche Um so richtig wach zu werden Hab ich mir jetzt heute gedacht Weil ich bin eben jetzt aufgestanden Ich hab auch nachher wieder Nachtdienst Äh probier ich jetzt einfach mal live auf dem Stream Den neuen Holy Energy Den Piranha Uh Hast du den schon? Ich hab hier ein Paket heute gekriegt Ich hab es aber noch nicht aufgemacht Ja das dürfte der sein Das ist der Halloween-Geschmack Der kommt nämlich eigentlich erst morgen oder übermorgen raus Wir machen ja jedes Jahr so einen Halloween-Geschmack Und das ist der Piranha mit Granatapfel Und ich hab den wirklich noch gar nicht probiert Ich probier den jetzt zum ersten Mal hier Auf geht's Ausrufezeichen Holy In den Chat Für die tollen Leute Die uns da seit Monaten, Monaten unterstützen Auch letztens einen Cup von Slash gesponsert haben Wo Janis ins Viertelfinale gekommen ist Muss man mal stolz sagen Ja Das hat er richtig gemacht So Hier Mein Löffelchen Ja lecker Natürlich auch hier In den In den schönen neuen Shaker Grün-rot ist er Shake, shake, shake Shake, shake, shake Shake your booty Schrauben wir hier noch den Deckel drinnen Oh, ich hab natürlich wie immer viel zu viel Wasser reingemacht Auf die Hose drauf Alles schön Ja Soll ich sich auf der Tastatur Auf der schönen Corset-Tastatur Das ist der Content für den Leute einschalten hier Dich Schrauben sehen Schrauben drehen, Muddern drehen Mit ölverschmierten Händen an der Werkstatt stehen Von wem ist das? Äh, Werner Ja, Mann Also, äh, sprich Wie heißen die Jungs? Torfrock Torfrock Legenden Ah, hab ich schon live gesehen in Wacken Bagger Looten Weihnacht, Freunde Ihr könnt schon mal die Karte rausholen Wird geschakt hier Schön machst du das Und jetzt bin ich mal gespannt, ob der mir, ob der mir mundet Prost Auf dich, Flash So, ich hab Oh ja Oh ja Oh ja Oh ja Schmeckt so ein bisschen wie Also wie der Shark So in die, in die Richtung Aber, äh, Apfeliger Aha Also so eine Mischung aus Erdbeer und Apfel Irgendwie so ein bisschen Man könnte sagen Granatapfel Steh doch drauf Alles klar Äh, ja Ich werde das natürlich auch noch testen Aber was haben wir hier So Äh, und dann Mein Bericht folgen lassen Wir haben Mehr oder weniger eine News Slash Erstmal Die Meisterschaft ist vorbei Erste große News Sie wird verlängert Da freuen wir uns natürlich drauf Mehr deutschsprachige Warcraft Unterhaltung In 2023 Und das nicht nur eine Saison Sondern auch zwei Richtig Also das ganze Jahr über Quasi dürfen wir wieder X-Lord zugucken Ähm Wie er anderen Leuten zeigt Dass er besser ist So, ja Das machen wir gerne Weil es macht ja auch Spaß Auf jeden Fall Und, äh, vor allem Richtig, richtig gute Games Also es ist ja nicht immer nur Dass man sagt Ja, der X-Lord, der gewinnt alles Ne, wir sehen auch richtig geile Games Ähm Wir waren ja auch in In Kalifornien Haben dort zusammen gecastet Und, äh, ja Die Series von Kevin gegen Skars Zum Beispiel Super empfehlenswert Kann man sich gerne angucken Bei dir auf dem YouTube-Kanal auch Ja Ähm Das war, äh, das war schon stark Und auch ansonsten, äh, war das eigentlich Ein, äh, ganz gutes Wochenende Würde ich mal behaupten So, ne Wir haben ja was rausgefunden Liebe Leute Der Creepjack-Unterhaltung Ihr wisst genau Wie lange es für meiner Einer gedauert hat Bis ich so Florentins Handynummer bekommen hab Zweieinhalb Jahre ungefähr Bis ich sie dann Bei Endgegner Dann mal präsentiert bekommen hab Dann stehen wir in Köln Samstagabend Vorm Hotel Warten Dass alle ready sind Und wir in die Kneipe gehen können Wer läuft an uns vorbei Florentin Will Und sagt Das war der Moment Wo ihr ihn infiziert habt Und deswegen ist er heute nicht Ähm Ja Und dann jetzt wissen wir Wo er wohnt Wir wissen jetzt alles Über den Florentin Jetzt geht's richtig zur Sache Mein Freund Also wenn jetzt hier wieder Freche Kommentare kommen Dann kommen wir auch mal Zu Hause vorbei Ja Ich weiß wo du wohnst Vielleicht hat der auch Zu viel Dota geguckt In der Nacht Das tut einem auch nicht so gut Lieber Warcraft gucken Meine Freunde Apropos Warcraft Ähm Ich bin sehr gespannt Ich habe mich natürlich Wieder auf Social Media rumgetrieben Und da gab's Äh Ein, zwei Tweets Von so wichtigen Blizzard Leuten Die haben Hä Ja sind wir natürlich auch Alle drauf angesprungen Wie die blöden Ich Äh Teil das mal hier Der gute Mike Ibarra Der ist ja so Der ist ein wichtiger Kerl Äh Der Präsident von Blizzard Hat geschrieben Äh Früher Mittwoch Morgen Let's go Äh Äh wir haben einen Spaßigen Tag Und besprechen die Warcraft Strategie Für die kommenden Jahre Mit ähm Dem General Manager Von Warcraft Und Dem Vice President Und Executive Executive Producer Für Warcraft Jetzt bin ich mal gespannt Was meinst du Haben die über Warcraft 3 geredet? Äh Ich Glaube gar nichts Ehrlich gesagt Was? Was? Aber die wollen doch Warcraft über die nächsten Jahre Wollen die doch jetzt Haben die doch quasi Die Roadmap Kreiert haben die da Ähm Ja ja Für WoW Denk ich mal Ah das ist gar nicht für unser Spiel Vielleicht nicht Also ich hab Ich hab ja auch direkt kommentiert Äh Ich hab ja drunter geschrieben Maybe fix your Warcraft strategy game Would be a good strategy for Warcraft Hab ich ja drunter geschrieben Äh Aber ähm Naja Ich Ich hoffe natürlich Dass da was rüber kam Ne Aber äh Wirklich dran glauben tue ich nicht Ja schauen wir mal Wir haben da auf jeden Fall Ein bisschen Lärm gemacht Wenn ihr das noch unterstützen wollt Gerne In den Replies zu diesem Tweet Mal Warcraft 3 erwähnen Hier Back to Warcraft hat das gemacht Der Architect Der Slash Der Cage Von W3 Champions Und W3 Info Der Forks Der brasilianische Caster Und 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 Einfach gerne mal Support zeigen Und Darunter kommentieren Ja Schaden kann es auf jeden Fall nicht Generell Support auf Social Media Immer wichtig So Wie wir jetzt auch wieder in der Meisterschaft gesehen haben Denn ihr habt supported Und es gibt zwei neue Seasons Eben Ja die äh Zuschauerzahlen waren sehr gut Diese Season Ja Apropos Season Ich hab ja Liga Spiele Ähm Das erste war 1-1 Jetzt spiel ich heute gegen Ork Wir sind gerade am Vetoen Ich habe hier noch über Northern Isles Concealed Hill Tide Hunters Und Shallow Grave Slash was veto ich denn hier Das noch übrig Northern Isles Concealed Hill Tide Hunters Und Shadow Grave Tide Hunters ist eigentlich ein ganz guter Ork Map Vor allem du hast ja am Ehr am Anfang Im Early Game Probleme Gegen Ork So wie ich die letzten Male gesehen habe Deswegen würde ich sagen Solltest du Tide Hunters wählen Weil da kann er Relativ schnell rüberrennen Und sich ganz gut unter Druck setzen Ich glaube das ist für dich Ein ganz gutes Veto Dann höre ich auf dich Tide Hunters weg Dann schreibe ich ihm Heya Ich auch Äh Ich muss noch eine picken Ich muss noch eine picken Was pick ich denn Northern Isles immer gut Northern Isles Dann So Ja ich hab Einen Punkt Hab ich Ähm Schon geholt Da müssen natürlich noch mehr kommen Jetzt Die Tage Also heute Idealer 2 Ich spiele gegen Estemes Den kenn ich gar nicht Den Namen hab ich schon mal gehört Aber kann den jetzt Skilltechnisch ehrlich gesagt Nicht wirklich einschätzen Schauen wir mal auf V3 Champions No Player Found Estemes Unranked Na toll 1-1 in Season 13 Silber 1200 MMR Ja Leute Das ist doch genau meine Liga Das ist doch Das läuft doch Ich würde mich als Favorit betiteln Hier heute Ja wie immer Nö Ich glaube Allerdings Kurze Bad News Wir müssen vielleicht ins Battle.net Weil Weil Flow Funktioniert nicht Also bei mir gerade eben nicht Okay Ähm Oh ja ich hab auch Äh Ein Ein X Glaube Wir müssen Ins Bnet Äh Hast du Lust zu hosten Northern Isles Äh Dies Kann ich tun Sehr schön Ich bin gar nicht nervös heute Hab ich äh Ich hab Ich hab ein bisschen geleddert Äh Nachdem ich am Montag Vor 10.000 Leuten Ein bisschen Leder gestreamt hab Ähm Bin ich wieder ein bisschen drin Hab's Hab's noch nicht gesehen Kommt das noch auf deinen YouTube Kanal Oder äh Kommt das nicht Müsste Weiß ich gar nicht Ist glaube ich nicht so krass spektakulär Aber war lustig Kann man so nebenbei mal Äh Vielleicht laufen lassen Weil ich hab's nicht gesehen Weil ich hatte Nachtdienst Deswegen konnte ich nicht reingucken Ich hab nur die Ankündigung gesehen Aber äh So ganz reingeguckt Hab ich noch nicht Musste wieder Dich für die Gesellschaft Aufopfern Und dein Spaß muss hinten anstehen So nämlich Richtig Äh Ich bin momentan Bin ich sowieso Mein äh Mein Hirn Äh Hart am Am penetrieren Sag ich mal Wenn es nur das Hirn ist Äh Ja Das äh Vor allem So Moment Ich bin gerade hier am erstellen Muss natürlich W3 Champions Maps nehmen Sonst haben wir den Zoom nicht Ja ja hab ich Hab ich Sehr gut Aber Zoom haben wir doch mittlerweile auch im Dings Aber ich hab trotzdem Hi abgeschaltet Okay Äh Der Standard Game Name Yo Ähm Ne ich bin ja Äh Also wie gesagt Ich hab Nachtdienst Das heißt ich geh so im Dunkeln zur Arbeit Komm im Dunkeln wieder nach Hause Krieg also nicht viel von der Sonne mit Ja Und ich bereite mich aktuell vor Auf unsere neue Thinkpäckchen Folge Die wir aufnehmen am Samstag Die kommt dann an Halloween raus Das wird die Halloween Folge Halloween Ja Thema wird auch Halloween Also der Film Halloween Und äh Wir besprechen ja mit dem Film Und dann immer so ein bisschen Bezug zur Wirklichkeit Das heißt ich recherchiere gerade Hardcore Über Serienkiller Nice Das ist ähm Ja sehr sehr schönes Thema auch Wenn man nur so im Dunkeln die ganze Zeit ist Und dann nur über Serienkiller alles nachliest Wenig schläft und so Super Also Ja Ich meine Da gibt's ja mittlerweile eine Milliarde Serien und Podcast dazu Als wäre die Welt nicht schlimm genug Ja Muss sich jeder jetzt auch noch mit dem Quatsch in seiner Freizeit beschäftigen Leute Hört mal was Gutes Ich hab Good News Das ist der Woche Ähm Es gibt so ein Wal Der hat irgendwie eine ganz bestimmte Frequenz Die voll lange keine anderen Wale hören konnten 30 Jahre Ah ok Beim Singen Beim Singen Er ist da so Paarungs Hat Bock auf Paarung Und schwimmt so durchs Meer In seiner Walhaftigkeit Und singt und singt und singt Aber keiner Wie Florentin Also So Wie Florentin Oder wie ich Forever Alone Ich fühlte mich mit diesem Wal sehr verbunden 30 Jahre wurde dieser Wal beobachtet Und nie hat ihm jemand geantwortet Auf dieser Frequenz Und jetzt Also auch so wie Florentin Diese Woche Hat er einen Wal gefunden Der Mit dem er kommunizieren kann Nach 30 Jahren Ist das nicht schön Das ist ja Äh Ich warte nur drauf Bis Parship versucht es zu vermarkten Aber ich sag mal so Wenn Für diesen Wal Also noch Hoffnung bestund Dann auch für so Leute wie Aisy auch Vielleicht Äh Das Oh jetzt Jetzt hast du aber Das wird schwierig Aber ja okay Ich verstehe deinen Deinen Ansatz zumindest Ja Okay Gut Ähm Ich bin im Game Wir sind im Game Äh Ready Wenn du bist Die Caster Perspektive Gibt es übrigens dann wieder Bei mir auf dem Stream Wo findet man denn deinen Stream Slash Äh S L 4 S H O R Slash Auf Twitch Und ansonsten Youtube Don Slash Da gibt es das ganze auch Cool Ich mute dich Bis gleich So Auf geht's Liebe Freunde GG Have fun Schauen wir mal Was das So Gibt Haben wir hier Sound Ne Warum nicht Jetzt haben wir Sound Top Technisch? Ich denke schon. GG, have fun. Netter Kerl, der Estevez. Den mögen wir. Aber wir vermöbeln ihn trotzdem. Leute, seid ihr mit mir. Ich brauche eure positive Energie. Es ist sehr wichtig für mich, dass ich hier so performen kann, wie der X-Lord am Wochenende. Das sehe ich als Mindestmaßstab. Ich habe keine Sounds. Bisschen weird. Irgendwas fehlt hier. Ah, ich habe diesen Dings nicht weggemacht. Das ist schon mal blöd. Aber nicht unfixable. Alles in Ordnung? Go, go, go. Ja, nice. So, dann bauen wir das. Dann bauen wir noch Friedhof hin, damit das auch die Undead Base abrundet. Und fertig ist die sogenannte Laube. Ich gehe da ganz stark davon aus, er als Ork. Die können natürlich nur ein Bild spielen. Das ist immer Fascia und Headhunter. Und dann keulen wir ihm doch mal die Speere außer Hand. Was haltet ihr denn davon? Ich habe ein paar Matches gemacht. Ich gewinne mehr als letzte Season in W3 Champions. Auf W3 Champions? Bei W3 Champions? Na, wollen wir mal sehen. Da haben wir doch ein Altar. Da haben wir die Wommel. Alles wie erwartet. Kann natürlich sein, dass er Creepen geht, aber wenn wir ehrlich sind. Ne, ne. Das macht keiner. Da kommt er rüber. Hier ist das Schaf. Ist das ein bisschen zu dicht dran? Ist okay. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Schicken wir den nochmal da hin. Wir gehen in die Mitte. Mal gucken, ob er sich ablenken lässt. Ah, nicht ganz. Tetfiends ist schon ein bisschen RIP. Ja, ist mir geil. Ich fühle mich damit besser. Wollen wir doch mal sehen, was du kannst, Kollege. Alles meins, alles, alles meins. Deny! Ah! Wollte ich einen zweiten. Nein, nicht ganz. Funktioniert. Gut, schon ein bisschen Erfahrung hier. Tankt, neue Rod. Ich meine, der wird mir jetzt ja nicht den Tusker wegcreepen. Das wäre ja ein bisschen suicidal. Wo ist er denn? Na gut, wenn er hier weg ist, dann passt das doch. Der Harass hat ja jetzt mal gar nichts gebracht von ihm. Dann haben wir gleich die Fiend, dann holen wir neue Skelette und dann können wir creepen. So einen sparsamen, sag ich mal, Harass habe ich noch lange nicht gesehen. Blöde Frage, gibt es die Letter noch, wo auch Anfänger mitspielen? Ähm, ja, Anfänger können überall gut mitspielen. Bei W3 Champions wirst du dann in die Grasliga eingestuft. Da sind auf jeden Fall Anfänger und im Battle.net sowieso nur ein Wups. Hat er hier das weggecreept, wa? Ärgerlich. Aber gut, wir haben ja genug Kram. Wir sollten eigentlich genug Kram haben. Mit den zwei Fiends und so. Habe ich Wurstfinger gekriegt, Leute. Weil er mich so in Ruhe lässt, dann spiele ich halt mal Litch. Die Zeit nehme ich mir. Können wir mal ein bisschen scouten, weil ich bin komplett blind. Gucken, ob er in der Mitte irgendwo rumstreuen hat. Ups, ich hätte vielleicht den nächsten Zigguratfeuer bauen sollen, aber... hier ist er nicht. Hier... Hat er gecreept schon? Okay. Passt hier zwei. Oh, der traut sich schon was, der Junge. Jellig. Ähm, na gut, dann crepen wir das doch mal. So weit so gut. So weit so gut. Das ist noch da. Jo. Das ist ein... Spellspam. Oh, jetzt können wir schön cre... äh, schön scouten. Hat er da reinforced defenses? Nee, ne? Aber alles relativ defensiv. Hier ist er auch nicht. What the hell? Oh, das campst du weg, ne? Hier ist er auch nicht. Gut, dann creepen wir das doch. Ah, nächstes Ziggurat verpennt. Oh, Creepjack. Nicht cool. Hahaha, Chain Lightning. Du kriegst hier nix, mein Freund. Ah, nein, 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 nein. Come on. Okay. Nein, 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 missklick. Ah. Hm. Nicht so ein cooles Mid-Game. Ich muss auch in die Mitte zur Dark Ranger, wenn... Weil ohne... Äh... Ohne Silence geht halt nix, ne? Das ist weg, das ist weg. Verdammt, der hat ganz schön viel. Items hat er sich auch gekrallt. Äh... Der ist mir schon ein Stück voraus. Oh, ich brauch nur... Nein! Nein! Wieder ein blöder Talisman. Komm, zurück in die Gruppe, zurück in die Gruppe, zurück in die Gruppe, zurück in die Gruppe. Eieieieieieieie! Okay, alles nicht cool. Hätte ich fast falten können, ne? Blöder Litsch. Das hätte ich auch vergessen. Okay, läuft nicht alles Opti. Aber kann ja auch nicht. Ei, 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 ei. Scouten wir ein bisschen. Okay, seine Creepjacks waren schon nervig. Aber ich habe ja einen Orb, von daher geht das schon. Brauche aber Levels. Viele Levels. Ah! Unculio. Weil ich natürlich auch keinen Schock mehr habe. Oh shit. Das sieht nicht gut aus. Leute, gar nicht, gar nicht, gar nicht gut. Block mich doch nicht selber. Chaos. Ganz viel Chaos. Alles wieder, weil ich diesen Shop so blöd baue. Jedes verdammte Mal. Dann kann ich jetzt natürlich auch keinen Destroyer morphen. Ich brauche aber den Destroyer. Ich brauche eine Invol Potion eigentlich. Hat der eine Exe? Go, go, go. Da ist er also. Ja. Da ist er also. Ja. Nichts hat er nicht, ne? Aaaaah. Ha. Ah! Der hat zu viel, der hat zu viel, der hat zu viel. Immer noch nicht Level 3. Okay, aber ich kann dann die linke Seite abgrasen, glaube ich. Das ist natürlich auch ein bisschen offensichtlich, aber ich muss dir jetzt was reißen. Oh, Sentry Wars sind nett. Items auch durch die Bank weg, geht so geil. Endlich. Okay, TP haben wir noch. Dann kann uns ja quasi nichts passieren. Ah! Auts, aux, 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 aux. Nein! Okay. Okay. Es ist alles so kaputt Es ist alles so Okay Habe ich nicht gesehen, dass er auch tippet Dann können wir da ja einfach wieder hin Hätte ich mal einfach Ähm, hätte ich mal einfach Bisschen Patience gehabt Aber ich glaube, ich bin in einer ganz coolen Situation Jetzt gehen wir zum Shop Da holen wir uns ein paar Items Und dann sieht das Ganze doch gut aus Außer er hat ne Echse Dann nicht Na klar Action, Action Hat er was? Hat er was? No Zumindest nicht da Ich sollte Ah, hätte ich das Legion Doomer mal verkauft Kann ich immer noch Jetzt hier was Schönes Flöte, große Mana Klaue Ja, dann können wir uns mal gönnen Aha Da ist er ja Bloodlust wieder Autocast Ne, Ork Brain Demolischer also So, so So einer bist du Nein Das sieht doch gut aus So weit Nein Er ist weg Und jetzt wird hier Aufgeräumt GG Das lief doch sehr solide Hatte nicht großartig Hatte nicht großartig das Gefühl Dass ich hier irgendwie in Problemen bin Einfach von vorne bis hinten Durchgezogen Das hast du gut gemacht Ja, ne Ich fand das auch sehr solide Ich hab Ja Ich hab mich wenig beschwert Bisschen langsam Bisschen Lazy beim Scouten Aber das sind so die einzigen Dinge Hast du realisiert Was für den Fight An dem Red Spot Oben links passiert ist Wir haben beide TP zur gleichen Zeit Das ist mir aber später erst aufgefallen Ja Aber was kurz davor passiert ist Warum er überhaupt TP hat Ne Er hat einfach mit seiner Armee Seine eigenen Heldvolle Kanne angegriffen Achso Oh nein Oh nein Oh nein Oh der Arme Ich hab mich schon gewundert So eigentlich Eigentlich war das doch gar nicht so Also nicht so schlimm Aber jön Ich hab schon gesagt Da kam Blattlast Und dann war alles egal Hauptsache Damage Blutrausch egal Blutrausch Ja wo man Damage macht Ist ja dann auch egal Richtig Welche Map hat er dann als nächstes? Ähm Shallow Grave Shallow Grave Die Anti-Mouseboards-Map So Wir haben die Nummer 2 Moment Ich muss gerade noch hier gucken Dass Observer eingestellt sind Da haben wir es Der Gegner will eh eine kleine Pause Alles klar Wir können also Äh Ist offen mit der 2 Sehr schön Äh Tipp vom Chat Anstatt ihn zu suchen Creep einfach den Shit aus der Map Ja Das ist eine gute Idee Ja Du hast nämlich Du bist oben gewesen Ich weiß nicht Ich hab auch vermutet Dass du ihn gesucht hast An seinen Greenspots quasi oben Ja In der Zeit Hat er halt beide Orange in der Mitte bekommen Ja Das war Das kann man besser machen Aber ansonsten Bist du cool geblieben Hast gewartet bis ins Late Game Vorteil ausgenutzt Ähm Immer schön aufgepasst Mit Infopotion und so Also Ja ich war Ich war mir ein bisschen Also ich war ein bisschen nervös Weil Der Harass so schnell vorbei war Ja Am Anfang Ist das jetzt dein Ernst Und darf ich Darf ich wirklich machen Was ich will Nein Gib mir die Map Überfordert mit Freiheit Ja so ein bisschen Frage im Chat Weiß man welche Maus Janis benutzt Ich benutze eine Corsair Dark Ja Corsair Dark Core Heißt die Ähm Die hab ich auch Aber ich hab glaube ich die SE Heißt die Die glaube ich die ich hab Ich hab die Pro Ja Pro SE hab ich Ja genau Die hab ich auch Ja Schön kabellos Und ist gut Ist gut Weil diese diese SE Version Die kannst du nämlich auch Wie ein Handy An so einem Dot laden Also die kannst du auf so ein Dot Drauflegen und dann lädt die Ah Geil das wusste ich noch gar nicht Ja das geht Das ist diese SE Die andere hat das glaube ich Also die normale hat das nicht Und die SE hat diese Diese Funktion halt dann Dass man die so laden kann Kannst die immer schön stocken Und dann Ich hab mir hier So ein Loch in den Tisch reingebohrt Wo ich so ein Dot drin hab Ja Dann lege ich die einfach drauf Und am nächsten Tag ist die wieder voll Wunderbar Smart ist das Ausrufezeichen Corsair In den Chat Genau Und die Ach du hast hier Wollte ich dich noch fragen Du hast jetzt die K100 Jo K100R Ja Ich hab die normale K100 Ah Die hab ich hier Die Ich hatte vorher die K95 Und jetzt die K100 Äh Und die R ist Ein bisschen Also die ist ohne Kabel Und die ist ein bisschen leichter Ne Die ist ohne Kabel Die ist elf Millimeter dünn Das ist so ne Äh Wie so ne Laptop Tastatur quasi So ein Style Aber trotzdem mechanisch Kommst du damit klar Äh ja Bis auf dass es ein Englisches Layout hat Okay Also diese dünneren Tastaturen so Die bin ich persönlich Nicht so der Fan von Aber Corsair hat schon einige Sachen gemacht Wo ich vorher nicht der Fan von war Und dann hab ich's von Corsair ausprobiert Und dann fand ich's geil Deswegen Muss ich mal gucken Ob ich die irgendwie mal im Laden oder so sehe Ob mir die verlässt Aber die Frage ist dann immer ne Von der normalen K100 auf die K100R Lohnt sich das? Wenn du die schon hast? Ja weiß ich Das ist ne gute Frage Ich kenn ja die K100R nicht Ich wechsle jetzt einfach mal so zwischendurch mal durch Ja Weil ich's einfach kann Ich hab jetzt drei Tastaturen Das ist schon äh Nicht schlecht Nicht schlecht Also ich hab meine hier Ich zeig die grad mal bei mir auf dem Stream hier Hab ich ja auch schön Mit den Corsair Mit den hauseigenen Keycaps Die bekommt man nämlich auch bei Corsair In verschiedensten Farben Damit könnt ihr eure eigene Tastatur Quasi custom designen so ungefähr Und ich zeig das mal grad hier bei mir auf dem Stream Ich hab mir schön so ne So ne rot-weiße gemacht So mein ganzes Leerort ist so schwarz-weiß-rot gehalten Und deswegen hab ich mir da die Die Keycaps alle geholt Der Slash der weiß wie man lebt nämlich Ja Da kann man auch mal Äh Sich hier Wenn man schon so viel Zeit hier vor dem Ding verbringt Dann kann man sich halt auch schnell einrichten Ne Andere Leute haben Sex Ich hab schwarz-rote Sassaturen Also von daher Und ich hab gleich ein 2-0-Sieg Sag ich mal an Ja da bin ich mal gespannt drauf Das ist auf jeden Fall eine Ankündigung Dein Gegner ist da Ich weiß nicht ob er ready ist Ja Danke fürs Warten Echt nervös NP, NP Hab Spaß Äh Ja man Ich dich auch So Zack Und rein in die Szene Und rein in den Sieg Spekulatius schon leer Haha Nein Äh Da hab ich noch genug Sehr 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 cool Ich hab Spekulatius geschenkt bekommen Am Wochenende bei der Meisterschaft Weil jemand meinte Du hast ja jetzt Glühwein bekommen Dann brauchst du auf jeden Fall auch Äh Was zu snacken dazu Und dann gab es da Ein riesen Pack Mit Spekus Das ist ziemlich geil So Wir probieren mal was aus Freunde Ich hab euch ja schon oft gesagt Dass mein Ghoul-Bild Für den Arsch ist Also nicht der Bild an sich Sondern ich mit Ghoulen Einfach nicht gut spielen kann Ich probier das jetzt einfach Trotzdem mal Weil ich das mehr gespielt hab Und ich wissen möchte Ob ich schon soweit bin Und damit Ligaspiele gewinnen kann Was? Die Kino hat kein deutsches Äh Layout Doch, 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 doch Ich hab nur die Englische Version zugeschickt bekommen Weil Die uns ja sponsoren Und so Sonst wär das natürlich Doof Okay, Ghoulen Die gehen bei mir halt immer So schnell kaputt, ne Das ist ein bisschen das Problem Sogar beim Creepen Das wünscht man keinem Aber schauen wir mal was er macht Ob er da wieder Mit dem Fast hier rüber rennt Oder nicht Ja, ja Ich summon ja schon Jetzt bin ich so fröhlich und übermütig Und jetzt krieg ich richtig aufs Maul Ich seh schon Komm, Alter Es ist immer so Er hat gesagt, er war super nervös Kann ich verstehen Ging mir oft auch so Heute bin ich super relaxed Bin auch ein bisschen Müde Ey, bau Wir gehen mal weit Aus der Komfortzone raus Heute, Freunde Und versuchen mal diesen Lightning Shield Creep Das hab ich ewig nicht gemacht Weil ich Amazonia immer wehtu Oh, da taggt der Jung Aha Das heißt, er macht den Creepen nicht, oder? Na, gib es ab Baby, give it up Give it up Baby, give it up Okay, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen Ich muss generell aufpassen Weil ich ein Idiot bin Was diesen Creep angeht Ja, Mann Habe ich alle gecallt? Das wollte ich gar nicht Ah Nein Er hat doch gesagt Ich muss aufpassen Ah, okay Puh Okay Das läuft einigermaßen okay Hey Aber Ich hab irgendwie die Ghule Bisschen durcheinander gebracht Weil ich alle gepullt hab, oder so Bin mir Not ganz sure Aber ich muss eh erstmal defenden, ne? Dann haben wir nochmal ein Ghule hinterher Du kannst auch mal heilen Einfach drauf So, da haben wir den Tag doch Und da ist er wieder vorbei, der Herr Rass I like Können wir noch ein Weil ich eh genug Gold hab Hol ich mir doch noch ein Rot Und schau, was hier so zu Creepen gibt Haben wir hier irgendwo einen verdammten Kriter? Hm Anscheinend nicht Aber es ist Nacht Dann kann man die auch so Zer Borse denn Oh, Replenishment Potion Ein Traum Okay Okay, er hier Nicht so ein Traum Den will ich trotzdem noch holen Zack Irgendwas angeschlagen Nur der Fast Ja Hätte ich gar nicht gebraucht Glaube ich Nein Wurstfinger Oh, da wollte er tricky sein Geht so early, ne? Er lässt auf jeden Fall nicht so locker wie vorher Das gefällt mir gut Aber ich kann jetzt auch easy heilen Was ist mit Tier 2 hier? Ich kann mir Wieder Litch, ne? Ist glaube ich besser Das hat er schon Nervig Na gut, dann geh ich mal zu seiner Turtle Und guck, wo es da so geht Braucht ich die überhaupt? Wenn er mir meinen Quatsch wegcreept Dann creep ich halt sein Quatsch weg Einfach As that Kein Level 3 Das ist doof Das muss ich mir holen Das ist wichtig Kein Goert Kein Goert Schauen wir doch mal Was so geht Und wo er so ist Und was er so tut Das ist weg Dann nehmen wir seine Exe weg einfach Hat er auch schon Oh, na gut Das können wir nehmen Aber wer haben wir ein Level? Dann doof Ah, der hat schon Dings Dann macht er wieder dasselbe wie vorher Dann wollen wir doch mal zum TP zwingen Wir brauchen Destroyer Okay Das zum TP zwingen hat schon mal geklappt Hui, das war Aggro Ist da einfach drauf, ne? Na gut Dann gehen wir zum Mittel Mach doch T3 jetzt Fertig Da ist er ja Ah Uff Uff, ich bin zu langsam Ich bin so langsam Verdammte Axt Jo, das war kein cooles Timing Gar kein cooles Timing Jetzt gibt er wahrscheinlich meine Exe weg Würde ich mal behaupten Ich bin ziemlich broke Oh nein, tut er nicht Cool Oh, ist aber in der Nähe Ich hab das Gefühl Ich muss aber einen Risk taken Jo, das war das dümmste Timing, was ich hätte machen können, ne? Genau vor Tier 3 Genau vor Frenzy Und mit der Dark Ranger hab ich mich da einfach, äh Komplett irgendwie verschrabbelt Aha 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 Na gut Dann halt so Gut, der hat aber viel, alter Kann ich da was machen? Nicht wirklich Nein Nein Diese Statues Gehorchelt Go Away Ja, das wollten wir so Der ist weg, ne? Ja Ist der hier weg? Du bistg Ich kache Ich kache Warne Aber Frenzen Ich kache Frenzen Ich kache Ich kache Schade Ich kache Ich kache So, das sind doch Level, die wir gebrauchen können. Und das und das und das und das Jetzt holen wir uns Level 3 auf Lich und die A und dann ist doch unser Ding. Ist doch wieder unser Game. What? Move! Das macht doch hier. Da will man einmal multitasken, ne? Dann geht das so. Auch schon weg? Damn. Na gut. Ist der da? War der hier? Na gut, dann machen wir den. Irgendwas steht hier noch rum. Hey, 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 hey. Hey. Oh, okay. This is my business. You're the Messiah. It's my business. I'm not sure. I'm not sure. That's the best masters. All of us. We're all talking. Uh-huh. Alter, wie viel ist denn hier schon weg? Das ist gar nicht cool. Ich glaube, der hat mich hartestens outcreept. Na gut, dann müssen wir halt einen Fight rocken, ne? Das gefällt mir null. Ja, aber mal schauen. Solange er keine Expo hat, ist die Welt für mich in Ordnung. Ist nur ein Wolf, nein, ich glaube. Uff. Ah, gut. Schon wieder gar kein Plan, wo er ist, ey. Das ist nicht gut. Hallo. What? Kein Level 3 nervt hart. Go, 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 go. Droff auf die Modi. Come on. Jawoll. Und die Healware, die läuft, sie läuft, sie läuft. Das ist doch gleich ein Multi-Kill. Ah, feels so good. Boom, baby. Das Ding ist ja durch. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Zwei Punkte. Auf geht's. Das war sehr schön. Muss mehr scouten, muss mehr wiederfinden. Ansonsten wusste ich genau, oh, sorry. Wusste ich genau, was ich zu tun habe. Du wusstest genau, was du zu tun hast? Ja. Das ist gut, wenn du genau wusstest, was du zu tun hast. Was soll das denn heißen hier, unterschwellig? Ich hab so nur gesagt, das ist gut, wenn du das wusstest. Alles gut. Also, der hat mich schon hart outcreept. Äh, ja. Ich hab ihn nicht gefunden. Das heißt, ich muss mehr scouten. Und das ist das, was ich zu tun hab. Aber Fight hab ich halt gesmashed, ne? Ja, der war ordentlich. Da hat er ein bisschen auf bei sich. Und vor allem, was ihm halt krass gefehlt hat, war der Shadowhunter. Yo. Das hab ich mir auch gedacht. Kein Healing, kein, kein Hacks. Nix, um rauszunehmen. Also, der, der hat auf jeden Fall hart gefehlt. Ansonsten, ähm, Unit-Kombo-Technisch, Item-Technisch und so, war, war es eigentlich ziemlich gut. Aber der Shadowhunter, der fehlte eben dann, ne? Und dann musst du ja auch noch überleben. Der Shadowhunter. Ja, der Shadowhunter, der musst du überleben. Da musst du auch drauf aufpassen. Wo ist er da? Aber erst im Chat. Die Outschüler wissen Bescheid. Ja, Shoutout an Estevez. Hoffe, im Rest der Liga wirst du ein paar Punkte sammeln. Da waren auf jeden Fall gute Ansätze. Äh, Fights ist halt auch irgendwann chaotisch. So Tier 3, 70 Supply, äh, das wild irgendwann. Estevez, ich hab schon gesagt, auf jeden Fall sehr sympathisch der Dude hier. Yo. Wo wir hier rüberkamen. Ja, Mann. Das war ein guter. Äh, hoffentlich haben wir den nicht das letzte Mal gesehen bei Creepjack. Estevez, wenn du möchtest, guck dir gerne auf YouTube. Das kannst du nochmal an. Ich hab so von Ork-Bruder zu Ork-Bruder. Hab ich dich kritisiert, aber nimm es konstruktiv. Das sind ein paar kleine Sachen, die du auf jeden Fall verbessern kannst. Und dann beim nächsten Mal haust du den Mann mit der Fleischfarben-Badekappe hier voll aus dem Socken. Das heißt, ich bin jetzt tight for the lead mit Ziggy und Ice-Bear-Mode. Aber ein paar Leute müssen ihre Matches noch machen. Zum Beispiel Tamtam, noch ungeschlagen bisher. Tamtam noch ungeschlagen? Hat er den gespielt überhaupt schon? Ein Gamer da. Aber gut, wie du ihm nichts zutraust, Alter. Ich frag da. Ich weiß ja gar nicht, ob er schon gespielt hat. Also er erzählt ja immer, auch in der neuen Podcast-Folge, die jetzt kommt. Also er fiebert schon den Match gegen dich extrem hin, ne? Ja, ja. Ich auch. Ich werd dann 50 Gargolz bauen. Und dann ist da Ende Gelände. Er hat auch schon gegen mich trainiert. Ich hab anderen gespielt gegen ihn. Uh. Ja. Ja, gegen Tamtam. Also Tamtam, er ist ein schöner Mensch. Er ist ein super herzlicher Mensch. Mit ihm häng ich super gerne ab. Aber der wird einfach komplett zerstört, wenn wir gegeneinander spielen. Das gucken wir dann mal, ne? Der ist ja jetzt offiziell bei mir im Team, ne? Das heißt, der kriegt auch noch ein bisschen Support. Ich hab schon mit Starbuck gesprochen. Der wird schon trainiert werden für dich, Junge. Ja, ja. Okay. Ja, schauen wir mal, ne? Ja, also ich glaub, X-Lord war im Chat. Der wird mir da noch ein paar Tipps geben, wie man am besten lamen kann und so. Also, wie man am besten lamen kann. Also, ich würde jetzt nicht behaupten, dass Starbuck der bessere Spieler ist wie X-Lord. Ja, so weit will ich nicht gehen. Aber was lamen angeht, ist, glaub ich, Bucky ganz erfahren. Der ist ganz erfahren, aber X-Lord ist halt so, in der Base sitzen, nichts passieren lassen. Ja, das stimmt. Mit Gargoyles rum. Den Überblick behalten, so, ja. Das stimmt, ja. Muss ich mal den Lord fragen. Da hat er schon einiges drauf, das stimmt. Da hat er recht, ja. Äh, gut. Ja, jetzt haben wir hier die Pflicht erfüllt und danach kommt der Spaß, oder wie war das? Ja, so ist das. Ich geh noch mal kurz eine rauchen auf den Sieg. Ähm, ich lass das hier aber mal so an und du unterhältst die Leute. Mach ich. Ich hab jetzt, dann mach ich mir deinen Chat noch auf, damit ich auch sehen kann, was da los ist. So. Shoutout an die Subs. Wen haben wir denn hier überhaupt? Äh, Flutschfinger. Gude. Fumpy sagt, I've been missing my Back to Warcraft installments whilst being on holiday. Glad to see you back to what, äh, glad to get back to watching some Warcraft. Yep, äh, it was on Afrika TV, sorry about that. Allstar, Zunat, Naktos und Mäusern. Danke für die Subs, viel Spaß mit Slash. Be right back. Ja, bei mir kann ich dann auch mal sagen. Ja, ja, es macht ja nichts. Kannst aber trotzdem nichts dagegen tun. So, äh, bei mir warst übrigens Don Opie, äh, und, äh, der Jay, der Jay23, der jetzt auch streamt, hab ich vorhin gesehen. Also, it's Jay23, der streamt jetzt auch mittlerweile. Na, nur so, äh, zur Info. So, ähm, ja, was ich auf jeden Fall noch gerne, äh, erwähnen möchte, was super, super wichtig ist, wir haben es im Podcast schon gesagt, der jetzt, wie gesagt, rauskommt, ist, äh, was jetzt am Wochenende passiert, äh, und zwar am 30. Super, super wichtiges Thema, welches viel zu wenig offen angesprochen wird und, äh, deswegen leider immer noch verpönt ist. Und einer, der sich dieses Thema zu Herzen genommen hat, ist der gute Sparta. Und, äh, wir reden, die Rede ist von, äh, Depressionen, von, äh, geistigen Erkrankungen, äh, jeglicher Form von Panikattacken, Angstzuständen und Co. Äh, ist ein wichtiges Thema heutzutage, wo super viel gearbeitet wird, wo super viel Druck auf den Leuten herrscht, äh, durch vieles und der Sparta, der hat sich diesem angenommen und veranstaltet am Sonntag ein Charity-Event, wo ihr zugucken könnt, da gibt es, äh, drei ziemlich coole Spiele, die alle drei relativ spannend werden können auf allen Ebenen, also wir haben ein Spiel, was so auf 1500 MMR ist, bis hin zu den Pros mit Hyposaurier, Armin, also beides ja auch, vor allem Armin, auch Teilnehmer der World Series, also da sind schon namhafte Leute vertreten und, ähm, auf Sparta Stream, also bei Twitch SP4RTA, jeder, der eine Firma im Namen hat, ist verdammt sexy und clever, wir wissen das, und, ähm, ja, bei Sparta auf dem Stream, könnt ihr da reingucken, da findet dieses Charity-Event statt und wenn ihr vielleicht so 50 Cent übrig habt oder, von mir ist auch nur 1 Cent, oder wenn ihr einfach nur zuguckt und ein Follow da lasst und, äh, damit ein bisschen Support da lasst und klar macht, dass das ein wichtiges, wichtiges Thema ist, mit dem wir uns auseinandersetzen, denn auch wir in der Walk-Off-Community haben, äh, durch diese Krankheit und durch diese Scheiße, die nun mal existiert, auch schon Leute aus der Community verloren, ähm, die nicht mehr in der Community mitspielen oder die vielleicht sogar gar nicht mehr auf diesem Planeten weilen, leider, leider, und, äh, ja, deswegen seid bitte gern dabei, guckt euch das an bei Sparta auf dem Stream am Sonntag, den 30. ab 14 Uhr könnt ihr da auf jeden Fall dabei sein, äh, und allein durch zugucken macht ihr was Wichtiges und, äh, ja, unterstützt das Ganze, super wichtiges Thema, seid gern dabei und ich glaube, äh, mit diesem Thema hab ich diese Pause ganz important und wichtig gefüllt und der Mann, dem der Channel hier gehört, wo ich gerade in den Fett gucke, der ist auch wieder da. Absolut perfekt gemacht, super wichtiges Thema, äh, Sparta hat auch heute das Line-Up veröffentlicht, um nochmal in die Twitter-Sphäre, äh, zu springen. Champs for Charity, geiler Name auch, äh, wie es ja schon gesagt hat, 14 Uhr am Sonntag, Flutschi gegen Pischner, nice, Armin gegen Hippo, Kevin gegen Side und ganz, ganz viele Co-Caster am Start, Charity und alle Infos auch hier bei Sparta auf, äh, Twitter, SP4-RTA-Twitch auf Twitter und, äh, viel Spaß dabei und gutes Sammeln, sag ich mal. Ich bin leider verhindert, weil ich habe dann den Showcup, aber ich werde danach natürlich einen dicken Raid raushauen, das ist klar. Das ist schon mal gut. Ja, ich versuch selber noch, ob ich irgendwie reinkomme, er hatte mich auch gefragt, ob ich mitcaste, äh, wir haben an dem Tag aber hier Halloween-Party, äh, und, äh, ich hab hier Besuch und alles und ich bin, aber ich versuche die Frau noch zu überzeugen, dass ich vielleicht einfach mal zwischendurch für ein Stündchen, äh, abhauen kann, um da noch eine Runde mitzukasten, weil ich find das Thema super wichtig und würde mich auch gerne, äh, so da beteiligen und das Ganze unterstützen. Ich versuch das noch hinzukriegen, mal gucken. Hast du denn schon, äh, eine Verkleidung für die Halloween-Party? Ich zieh mir nachher Arbeit einfach nicht um, ich lass das Blut von den Patienten ran und dann passt das. Gut, wollen wir nach dem ernsten Thema jetzt ein bisschen Spaß haben? Ja. Gut, dann spielen wir doch mal Uta-Party, meine Freunde. Äh, der Game, ich werde das mal hosten hier. Ich hab diese Version noch nie gespielt, ich hoffe, es funktioniert. Game ist offen. Ähm, Game Name schick ich dir mal hier im. Dings. Dann kommst du natürlich jetzt erst da rein. Ja, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Slots, Freunde. Ran ins B-Net, weil, äh, müssen wir ja hosten hier auf dem normalen B-Net. Battle-Net, meine Freunde. Der. Jawohl. Ja, da ist der Slash am Start. Der Game Name ist Creepjack. Uta-Party, kleine Minispiele. Wer am meisten davon gewinnt, gewinnt Uta-Party. Und ich möchte euch hier in diesem Game sehen. Der Tedster ist am Start. Guten Tag. Der Teddy, der war auch in Köln, in Kalifornien. Und streamt jetzt selber. Hat jetzt einen Rechner. Nein! Tedster hat ja auf dem Surface gespielt. Ja, das ist so krass. Was einfach auch krass ist, weil der Kerl ist gefühlt drei Meter groß. Und wenn der vor seinem Surface sitzt, das sieht einfach auch mega krass aus. Und dann hab ich ihm irgendwann, äh, meinen alten Monitor hab ich ihm ja dann vermacht. Äh, auf dem er dann zumindest das Surface anschließen konnte. Und er hat jetzt tatsächlich einen Rechner. Und streamt jetzt auch. Geil! Tedster. Und er geht nachher auch, äh, auch an er. Vielleicht kommen wir den Raiden. Tedster 1, 2, 7, 4 heißt er auf Twitch. 1, 2, 7, wie kommt man denn auf 1, 2, 7, 4? 12, 74. Ich weiß nicht genau, wie er da drauf gekommen ist, aber... Ich wollte mal sagen, der ist ja jetzt noch nicht 40. Vielleicht ist das der Preis, den er für den Rechner ausgegeben hat. Ich weiß nicht. Das weiß ich nicht genau. 12, 74 ist mein Battle Tag. Ah, ich denk bei Zahlen immer an Geburtstage, aber dann kamen da so 12, 74, hä? Oh Mann, ey, jetzt kommt der FFA-Ruler ist auch noch dabei. Izi ist dabei. Uff, uff, uff. Hallo Postel, wir haben noch zwei Slots, meine Freunde. Uta Party. Wenn ihr keine Skills habt. Genau, wir haben sie auch auf dem Screen. Die Partygäste. Illustre Runde. Zwei Stück dürfen noch. Also, beilet euch. Reiszeit. Es gibt Reis. Das ist doch ein Helge Schneider-Fan. Das sehe ich doch sofort. Uh, baby, baby. Es gibt Reis. So. Einer noch. Einer noch, Freunde. Jawohl. Es dem es. Ja, wunderbar. Have fun, have fun. Und auf geht's. In die Uta Party rein geslidet wird. So, da musst du jetzt auf das Knöppchen drücken. Hab ich doch. Muss, da ist ja so ein Countdown. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier wieder, was hier wieder los ist jetzt. Ich würde sagen, wir beide teamen so ein bisschen und machen die anderen fertig. Direkt schon wieder am Bescheißen. Spiel fängt noch nicht an, direkt hier. Pam, pam, pam. Acht Minigames, dann können wir hier vielleicht noch eine nächste Runde machen. Dann kriegen neue Leute auch noch eine Chance. So. Auf geht's. Wer hat denn da 20 Games getrunken? Eißig. So, was haben wir hier? Kill all your opponents. Äh, ja. Das sind andere Hotkeys hier mit dem Mana Burn. Ja, das ist so. Null Mana Burn? Was ist das denn? Kann man hier nicht burnen? Ich glaube, du kannst damit... Zack, da ist er. Ups. Welche Farbe hat Izzy? Ich weiß es auch nicht so genau. Aber... Izzy ist lila. Ah. Ah, da haben wir es. Oh, ich bin nicht so schlecht. Null Mana Burn, wieso geht denn das dann nicht? Ich weiß nicht, du kannst dann irgendwas... Das macht Damage auf jeden Fall. Echt? Ja, fuck, dann hätte ich ihn doch benutzen müssen. Ups. Da ist er weg. Aber Mana geht ja auch nicht weg. Warum hat man nicht nur die ganze Zeit Emulation an dann? Ja. Ah. Ah. Okay. Dritter von acht. Ah, Reißzeit noch drin gegen... Postal? Postal, Postal. Oh, stark. C ist bei mir Move. Ja, das ist natürlich doof. Build Towers to kill your opponent. Wieder muss man die, man muss nur töten. Äh. Äh. Ich fahr jetzt ein Tower her. Jop. Ah, die kosten nix. Ein Tower. Okay. Was ist denn hier A, S und E? Ah. 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 Nicht gut. Gar nicht gut. Wer hat denn da... Slash, du Penner. Wenn ich schon mal Canon Tower habe, dann musst du das auch nutzen. Ja, aber wir haben gesagt, wir teamen doch. Ja, der Tower schießt ja von alleine. Da kann ich ja nix für. Ah. Ah. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier ganz schnell weg. Dieser Canon Tower ist ja mega OP, Alter. Was willst du machen dagegen? Ich mach... Es ist so... Das ist mega... Oh, weia. Da hab ich aber mega versagt. Der Rulers, Alter, der kann auch towern, der alte FFA-Hase. Wo ist Izi? Äh, ich glaub, der ist schon raus. Ja, der ist gut. Ja, ist raus. Hauptsache vor Izi. Alles andere ist eher mehr so semi-wichtig. Junge, Junge. Das... Ich glaub, Tedz da sieht ganz gut aus. Ja. Oh, Rulers gegen Postel. Es ist eng. Oh. Kriegst du den Tower noch fest? Kriegst du den Tower noch nicht? Der hat ja eine übelste Range. What the hell? Das ist so ein steinschere Papier-Prinzip irgendwie. Oh. Was denn noch da hinten? Ja. Okay, nächster ist raus. Wir haben noch... Postel scheint ziemlich gut zu sein in diesem Game. Ich hab keine Ahnung, was ich hier... Du bist... Oh, du bist gleich weg. Du bist gleich weg. Ja, ich werde von zwei Seiten angegriffen. Die Schweine. Ah. Ah. Aufpassen. Oh. Oh. So. Und hier der Esteves, ne? Grad eben keinen Punkt geholt. Jetzt aber dritter. Mindestens. Zweiter. So, und was ist jetzt? Jetzt läuft die Zeit ab. Oder was? Ah, guck mal. Auch doch. Da oben läuft eine Ruhe. Ja, 1,20. Ah, die Tower gehen nach Zeit automatisch kaputt oder was? Yo. Ah, okay. Wer traut sich? Und wer gewinnt denn, wenn die Zeit abläuft? Wahrscheinlich kriegen beide dann einen Punkt oder so. Nach starkem Start nur noch dritter, das ist ärgerlich. Ah, ich hab 8 Punkte. Als sie hat 5. Das ist gut. Du hast auch 8, ne? Ja. Hättest du mich nicht teamkilled da gerade? Ich hab einfach nur einen Tower gebaut, der hat von alleine geschossen. Ich wusste gar nicht, wer wo ist. Ich hab auch nichts gerafft. Das ist Uda-Party, ich bin überfordert. Aber ich hab auch einen fatalen Fehler gemacht. Ich hab halt den Ork-Tower zuerst gebaut. War klar, dass der das Schwächste ist. Ja, richtig. Ich hab einfach direkt gerne einen Tower rausgehauen. Ui, Tedster gewinnt. Damit hätte ich jetzt 13 Punkte auf Platz 2, ne? Ja, okay. So, was machen wir jetzt? Schiffe. Wo ist Izi? Neben mir. Okay. Auf geht's. Bam. Auf Izi drauf da sofort. Auf ihn drauf. Alle auf Izi. Alle auf Izi. Mach ihn kaputt. Danke, Reißzeit, dass du mich in Ruhe lässt. Alle auf Izi drauf da jetzt. Was ist dich denn da wieder an? Ach, man kann auch so predikten, wo die hinschießen und so. Also nicht nur Rechtsklick. Ah, das war ein guter. Izi, geh weg jetzt hier. Ah, ouch. Der Rulas, der... Au, genau. Der greift mich auch hier die ganze Zeit an. Genau reingefallen auch, Alter. Oh, hier zwei kaputt. Zwei angeschlagen. Krieg ich beide. Komm, und der Slash. Ah, das bist du. Ah, das bist du. Ja, ja. Ja, das Team. Das hat sich mit den Towern gerade erledigt mit dem Team. Ah. Ah, Izi. Mach Izi kaputt hier. Wo ist er denn? Unrecht. Das bin ich. Ach, der schießt. Ah, funny. Piraten der Karibik. Du, 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 du. Ich fühl mich schon richtig wie Johnny Depp. Der Name passt. So, wo ist denn jetzt hier? Ah, 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 ah. Komm, Izi, in die Mitte rein, da. Komm, Alter, man, PC hat auf einmal Micro. Das ist, glaube ich, auch, wenn du das auf dem Surface lernst, dann, wenn du dann auf dem PC spielst, dann ist es direkt mal plus 200 Emblem mehr. Nein, ich bin kaputt. Oh, Izi hat dich überlebt, aber er ist gleich weg. Ich bin gesunken. Come on. Ah, das war kein guter Hit. Ja, Mann, aber Volltreffer hier. Einer noch, einer noch. Hab ich kaputt. Nein. Oh, reißt ja, der hat auch noch Vollhitpoints. Das, also gegen die will ich nicht gewinnen, aber Izi kaputt machen, das ist mein Ziel. Ja, ein, ein Hit noch braucht er noch. Ja, das ist nix, ist das nicht. Ja, ja, da ist er weg. So, Postel noch da. Oh, Tedstar hat auch gar nicht mehr so viel. Ja, Teddy sind da ganz gut draufgegangen hier, in der Mitte, aber wir sind draufgegangen. Ja, der Rulas, der hat auch wieder richtig unreißig Zeit hier. Auf den Teddy, auf den Teddy. Ja, Rulas, auf geht's. Österreich und Hamburg vereint im... Huh? Draw. Ah. Nice, überlebt. Stark von mir. Tedstar und Postel hier ähnlich so was. Do not... Okay. Ach so, in Chat. Okay. Ach so, in den Chat rein. What the? Man darf sich nicht vertippen oder so. Ah, man darf sich nicht vertippen, okay. Huh? Haha, Tedstar. Da war wieder das C. Ah, fuck. Ey, das ist aber auch... Also, man denkt, das ist einfach, ne? Aber einmal so irgendwie zwei Knöpfe getroffen auf der Tastatur. Junge, das ist ein knappes Rennen. Ist das spannend. Da wäre meine Mama gut drin. Oh, das ist jetzt auch keiner vertippt. Was ist hier los? Huch. Kew to... Ah, ha, 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 ha. Also, es hört sich ungefähr so an, äh, wie eisig um 5 Uhr morgens im Los Säbe. Hahaha. Was da so steht. Kackes für die Kew to... Ah. Ja, gut. Knappe Kiste. Junge, der Rulas, alter, der kann dat. Ah! Survive as long as possible. Okay. Wie kann ich eisig angreifen? Weiß ich nicht. Ich glaube, man darf sich nicht berühren oder so. Ah, du kannst berühren. Du darfst wahrscheinlich nur nicht ins Feuer rennen oder so. Ah. Und jetzt geht wahrscheinlich... Ah, da, ja, da kommt Feuer. Da kommt Feuer! Ah! Flammen! Ups! Auf we go! Oh, my homies! Oh, my homies! Ah! Nein, 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 nein! Ah! 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 Aber ich hab noch zwei mit ins... Du, da jagt er mich mit in die Luft! Du Sack! Das war nur scheiße. Was jetzt? Kill 10 Fiends. Damn. Ich hab kein Zell mehr! Einfach nur Glück haben, dass sie da spawnen, wo du stehst. Ich hab kein Mana mehr! Out! Out! Was glaub ich denn wo? Kann man irgendwo sehen, wie viel man hat? Weiß ich nicht. Ich muss mich konzentrieren! Glaub ich hab's. Okay. Alter, sind die anderen alle gut? Counter... Wie countert man denn? Ja, Falke gegen Bär, Kulbis gegen Falke, Bär gegen Kulbis. Okay. Ja, und alle wieder direkt auf mich! Ey, das geht gar nicht! Nein, 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 nein! Nein! Ha, 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 ha! Nein! Mach doch! Mach ihn weg! Mach ihn weg da jetzt! Der Ruder ist noch hier. Ha, 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 ha! Nicht cool! Oh! Ja, das war jetzt nicht so clever von der SMS gerade. Nee, 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 nee. Kleiner Brain Lag. Ja, und wie geht das jetzt weiter? Ruder ist gegen Teddy. Aber, ja, das ist natürlich auch cool da und rauf. Der arme Teddy, Alter, der macht jetzt nicht mehr so viel. Der Ruder ist richtig schnell. Der hat schon mal Beastmaster gespielt, auf jeden Fall. Ja? Der muss auch attackieren. Ah, jetzt kann er den angeln. Ja, aber auch nicht mehr lange. Ja, also wer sich zuerst entscheidet hat, verloren eigentlich, ne? Ja! Ja, ja! Der Ruder ist das verdammt gut. Survive is long as possible. Press F to change form. Okay. Ich renne hier einfach an der Ecke und verstecke mich. Ich glaube, das raffen die irgendwann. So ein bisschen wie Bomberman. Ja. Wie sind die denn? Ach, da. Zwei Jaks. Also ich glaube, die Jaks kriegen einen nur, wenn man eine Krähe ist. Ja, ja. Und der andere. Oh, jeder hat mich gehaucht. Oh, zweiter Abo. Jetzt kommen die von zwei Seiten wieder her. Ich wurde einmal gehittet. Das ist nicht gut. Die auch. Passend zu Halloween ist das hier. Ja, das stimmt. Alter, wie viele Abos sind denn jetzt da? Viele. Viele. Aber auch Jaks. Und das ist doch gar nicht F, das ist auch V. Sogar G bei mir. Boah, Alter. Wie viele sind noch da? Kommen die von zwei Seiten. Zwei. Slash, du alter Überlebenskünstler. Nein. Ah. Typisch Homer Simpson. Nein. Oh, ich glaube Siegerehrung oder so, ne? Äh. Ach so, das ist hier Drop the Bomb, weil die punktgleich sind. Die haben beide vier und fünf. Hä? Die haben beide vier und vierzig Punkte und das heiße Kartoffel. Irgendwann explodiert es halt. Ja, jetzt. Cool. Teddy gewinnt. Herzlichen Glückwunsch, Teddy. Nicht nur bei Arcadia abräumen, sondern auch hier in der UTA-Party. Free Champion, genau, select a minigame. Free Play. Keine Ahnung, was gut ist. Ich würde sagen, wir machen nochmal neu auf, damit andere Mitspieler. Ja, aber ist jetzt nicht irgendwie ein so'n... Ich glaube, man darf sich jetzt einfach entscheiden, was wir noch spielen. Ja, ja, aber das sind dann halt dieselben Spieler. Also wenn wir jetzt nochmal neu aufsuchen, können auch andere mitspielen. Das meine ich. Ja, ja, ja. Ich glaube, es ist nur ein Minigame vielleicht, was es sonst nicht gibt oder so. Keine Ahnung. Der soll einfach irgendwo draufklicken hier. Ja, der Gewinner sucht jetzt das nächste Spiel einfach aus. Wir lassen ihn nochmal einmal... Ja, gut. Einmal lassen wir ihn hier aussuchen. Das haben wir doch mit dem Tippen hier gemacht. Nee. Nee. Ah. Ha. Idiot. Ha. Also der Letzte fliegt auch raus. Ja, ja, ja. Der Schwächste fliegt mäßig. Puh, das war knapp. Tschüss, Isi. Oder nicht? Ha. Was? Ach so, ach ja, klar. Oh nein, nicht gerafft. Teddy Ruders und Slash. Langsam hast du dich aufgewärmt, ne? Oh, und da lobe ich dich. Da geht's den Bach runter. Was war denn das jetzt? Ach so, das war, äh, Kutze. Okay. Hotkeys. Yeah, yeah, Hotkeys. Ja, die sind halt ja anders hier in dem MFR. Okay. Wir rehosten mal mit neuen Leuten. Leute, habt ihr Bock zu spielen? Dann jetzt go. Der Teddy hat gewonnen. Das war stark. Und wir, äh, wir hängen einfach da eine 2 an den Game-Name von gerade eben. Jetzt musst du schnell sein. Creepjack 2. Creepjack 2. Leute, Leute. Rein damit. Ach, man kann auch observen. Heftig. Das ist neu. Ja, Slash ist drin. Coole Minispiele hier in der Uta-Party. Oh, mir juckt die Nase, Alter. Ich muss mal kurz hier... Ja, ja, puder mal ein bisschen. Der Ruder ist schon wieder dabei. Gibt's ja aber nicht. OHC. Herzlich willkommen. McKnödel, Alter. Was ist McKnödel für ein geiler Name? Hahaha. Also, die ist auch wieder drin. Reißzeit ist drin. Einer noch. Eins noch haben wir noch. Einer geht noch. Creepjack 2. Da ist er. Ja, nice. GG. Datum 1. GG. Have fun. So, auf geht's. Dann, 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 dann. Hoffentlich kriegen wir neue Games. Weiß gar nicht. War ich gerade letzter? Weiß ich gar nicht. Oder war ich... Ich glaube, ich war noch vor Izi, ne? Ja, ja, ja. Wir waren alle vor Izi. So. So. Weg die DP uns auf. Wir hatten da wieder Reforged-Grafik an. Ach ja. Stimmt, das hat ja jemand erzählt, das Mugambe mit Reforged-Grafik spielen und deswegen im Ladebildschirm. Es immer so lange dauert mit ihm. Hahaha. Das war echt ewig, ne? So, ah, jetzt. Okay, da sind wir. So, wir nehmen wieder den Achter. Kannst du schon auswählen? Ich kann doch gar nicht auswählen. Nee, nee, nee. Danke, Tobi, für den Sub. Aufi geht's. Ich fände The Weakest Link auch mal ganz geil. Das können wir auch tun. Oha! Was ist jetzt los hier? Ich weiß auch nicht. Das ist wirklich Bomberman. Es ist tatsächlich Bomberman. Ja, wo kann man denn Bomben legen? Kann man nicht. Nicht Bomberman, Pac-Man meine ich. Ach so. Das ging fix. Wo muss ich denn hin? Einfach überleben. Ach so. Gegen was denn? Wo sind denn die Gegner? Ja, diese, die da rumlaufen. Die tauchen. Sind das tauchen? Yo. Erkennst deine eigenen Units nicht, ne? Da, ne? Ha, schlechter Start. Sammelt das Kraut? Was für ein Kraut? Da oben, da oben ist Kraut. Ah! Ha! Er ist da! Lucky. Okay. Wie viel braucht man denn? 25? Oh, ein Feuerball, Junge! Wo ist Izi? Da. Uh, das war knapp. Ah! Ah! Was? Wieso macht der denn nix? Ach so, du musst nur Q drücken, dann schießt er einfach geradeaus. Ah! Ne! Select Target steht da. Ne, bei mir? Ich drück einfach nur, äh... Ja, ah! Vielleicht war das wieder bei mir wieder ein anderer Hotkey oder so. Ich werde hier sabotiert vom Spiel. Ach, man musste nur das Kraut einsammeln, dann war man durch. Ah! Oh, ich... Ah! Der Arsch brennt! Das kenn ich. Oh, ah! Schön! Von Rulas wieder. Der zielt hier wie ein Weltmeister. Der war mal Schützenkönig. Oh, nein! Da laufe ich auch genau rein! Ja! Der war schlecht. Ah, die letzten drei hier. Ah, das ist echt... B-Rulas und... OHC. Ah, oh, da war... Oh! Der hat gesessen! Muss man natürlich ein bisschen mit Mana-Haushalten jetzt. Aber... OHC, der hat das schon mal gemacht. Ja, ein bisschen vorhalten hier vielleicht auch, ne? Falsche Richtung. 50 Sekunden. Oh! Da hat er zwei gesammelt! Stark! Einen davor, einen dahinter, dann lief das. So! Ogre to your circle. What? Ah, okay. Du musst nicht angreifen, ne? Ja. Achtung, der pupst! Der erinnert mich an dich! Ja! Ah! Riechst du da gerne dran? An meinen eigenen? Ah, generell. Ah! Go, 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 go! Es ist mein Circle! Es ist doch hier mein Circle! Ich sag mal, so geruchstechnisch hab ich als Pflegekraft natürlich auch schon einen erlebt, ne? Und ich kann dir sagen, es gibt nichts Geileres, als wenn es Spargel gibt im Krankenhaus und du dann abends die Katheter leer machen darfst. Dieser OHC, der nervt mich richtig. Der blockt die ganze Zeit. Ja, weg damit! Ah, ah, ah! Hier, hoch zu mir, hoch zu mir, hoch zu mir, hoch zu mir! Nein, 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 nein! Ja, weg! Ah, ah! Weg! Weg! Weg von diesem Kreis! Ah, auch reingelaufen! Ups! Jetzt sind die aber natürlich, die beiden wollen den unten haben, ich will den oben haben, ich habe keine Chance! Ah! Tja! Da kam die Raketenbohne. Yo! Ich hab ein Zühnchen! Oh, und Rulas gewinnt hier ein Game nach dem nächsten. Wieso habe ich nur einen? Der ist imba! Ja, der ist wirklich imba! Diese FFA-Leute, wir mögen sie nicht! Aber, jetzt ist er auch weg, Loser! Ja, aber er war der Letzte, der übrig geblieben ist, glaube ich, ne? Ich krieg trotzdem Punkte. Wieso habe ich immer nur noch einen Punkt? Ich war voll gut! Äh, reach the end! Alles klar! Ja, das ist ja unfair, wir haben Orc-Units und da sind elf! Oh, da hat er ihn gesnarrt, hat er ihn! Nein! Da kommt, das gibt's doch nicht! Was denn für ein End überhaupt? Das ist Zeppelin, glaube ich. Ah, du musst in Zeppelin rein und dann runter. Ach so, ich habe einen eigenen Zeppelin? Äh, ja, du kannst einfach irgendwelchen nehmen, da, glaube ich. Ah, und die Hippos, die, äh, ja. Können natürlich... Ja, angreifen. Ach, du bist noch drin sogar. Ich bin sicher. Uh, 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 uh! Go, 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 go! Nein! Ich bin Zweiter? Ich habe immer... Das ist bugged hier! Ich kriege keine Punkte! Ich habe jetzt einen Punkt, das kann doch wirklich wahr sein. Ich habe mega gerockt gerade eben. Nee, aber das habe ich anders gesehen. Du hast doch eine komische Sehstörung da. Okay, bei dem Spiel habe ich gerade übelst verloren. Ja, und hast mich einfach mit in die Luft gejagt. Ja, das war schön. Das war mein Highlight letzte Runde. Äh. Seppa, glaube ich, ah, beste Stimme. Scheiße, ihr könnt durch die Säule durch. Ich dachte, hinter der Säule ist man safe. Nein, man ist hier nie safe. Nein, nein, nein. Oh, es sind voll viele, es sind voll! Viele! Ach, jetzt kriege ich Punkte, wa? Wofür? Ja, das ist voll willkommen, ja. Oh, das kenne ich, glaube ich. Activate Shield. Ach so, ich habe einfach aufs Schild gedrückt. Ich weiß ja gar nicht, wann hier hoch geht, das Ding. Scheiße, kannst du das wieder ausschalten? Nö. Ich glaube, du musst raten, wann es halt losgeht, so. Ich habe überlebt. Einer ist gestorben, oder was? Aber die, die am frühesten gedrückt haben, werden jetzt rausgehauen. Ah, okay. Das ist halt mein Problem mit dieser Map, ich kapiere es nicht. Ich glaube, ich habe damit gewonnen, oder so. Da steht Draw. Ja, aber mit den anderen. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Must repair. Complete your tower. Ja, da bin ich natürlich raus. Jetzt hat der auch noch Water Elementals. Das ist alles eng. Ich glaube, der ist ja den Tower an bei mir. Was ist das denn? Ja, same. Hu, completed. So stark, der auserwählt ist. So stark. Ja. Wir waren Punkt gleich gerade. Bleibt das so? Sieht so aus. Ja, aber das ist dann. Ach, jetzt haben wir das wieder. Ah, das ist ja, okay. Keiner morphed. Eisi, weg mit ihm. Jawoll, tschüss, Eisi. Nein, ich bin zwischen zwei Quillbeasts. Ah, leave me alone. Nein, zwei, ich, ah. Nein. Habe ich dich schön erschossen. Ah, mies ist das. Ja, das ist nicht mein Spiel. Da bin ich irgendwie zu blöd für. Units countern, schwierig bei mir. Ich hätte gedacht, da wären mehr... Varianz in den Games. Zwei Games. Mehr Lametta auch. Mehr Lametta immer wichtig. War die so eine Lametta-Family am Weihnachtsbaum? Also, seit ich hier nicht mehr zu Hause wohne, habe ich, glaube ich, noch keinen einzigen Weihnachtsbaum gehabt hier bei mir. Meine Mutter hasst das mit die Pest. Darf nicht sein. Also gut, solange hier im Haushalt auch keine Kinder sind, sehe ich nicht ein, warum ich ein Bäumchen haben soll. Ich muss sowieso arbeiten an Weihnachten meistens. Ja. Quatsch, brauche ich jetzt zu Hause auch nicht zu schmücken. Ich finde das Spiel, finde ich doof. Aber auch bei... Also meine Eltern, die stellen dann immer ein Bäumchen auf und dann kommt meine Schwester und so. Also Familie feiert meistens bei meinen Eltern dann. Das ist aber auch kein Lametta. Also wir haben ja so Kugeln und so Lichterketten. Ja, bei uns genauso. Da ist kein Stück Lametta dran und es rastet Mutter aus. Weihnachten wird sofort gecancelt. Der Reißzeit, der ist ganz gut dabei wieder. Oh! Das ist wahr, jetzt kriegt er beide. Damn, der hat das richtig gut gemacht. Der ist Uta Party Pro. Ach, das waren schon acht. Verrückt! Justice ist gekommen. Ist er. Darf er sich jetzt noch eine Map aussuchen wieder, ne? Jetzt darf sich der Rulers eine Map aussuchen. Ja. Wo bin ich denn hier? Bloodmaster. Weiterhin vor Izi. Okay, immer das Wichtigste. Aber ich glaube, der hat einfach meine Punkte nicht richtig gezählt. Doch, doch, hat er. Weißt du, du kannst doch gar nicht zählen. Ja, äh, ich bin besser als du, also ist das korrekt. Und wir sind beide besser als Izi, also ist das auch korrekt. Der Uga wird verlangt bei mir im Chat. Ah! Drunken Haze of Archer. Das sieht Ruhandpanda aus. Okay, schauen wir mal, was hier unser Özi-Freund uns da ausgesucht hat. Kill your opponent. Okay. Kann man Shadow melken? Ne, ne? Nö. Na, toll. Sie sind gekillt. Beide tot. Du hast doch nicht immer wenig gekillt. Ah, ich hab alle sich gekillt. Das ist schon mal gut. Oh, du, die seid nur noch zu zweit. High noon, baby. Der spielt aber Nachtelf, ist unfair. Oh, gerade noch aus dem Rang. Wie Neo hast du das quasi gemacht. Ja, SIECHTAAA! Die Kugel gedodged. Bam, 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 bam. Knuffi Bunny, danke für den Sub. So, jetzt hat der Teddy einmal gewonnen, der Rulas einmal gewonnen. Und ich fühle mich als moralischer Sieger, weil ich den Archer War gewonnen hab. Kennst du Weakest Link? Ja, sicher. Wär eigentlich auch noch ganz coole Sache, oder? Da kann der Chat auch immer mitraten. Das kriegen wir hin als Abschluss des heutigen Abends. Creepjack 3 ist offen für die nächste Runde Uta Party. Uta Party, Uta Party. Wir brauchen wieder sechs Freunde. Okay, wir brauchen fünf Freunde und Izi. Der ist auch wieder direkt drin, ne? Oh, der MC Short ist am Start. Ja, klar ist er direkt drin. Der kann schon zählen. Gegen Neos Micro kommst du einfach nicht an. Das ist absolut korrekt, Rudas. Drei Slots sind noch da. Shoutout an MC Short. Ice, Ice Head ist auch wieder drin. So, drei Stück fehlen noch. Creepjack 3, alles zusammengeschrieben im Battle.net. Keine Lust mehr, uns zu partieren. Die haben gerade gesehen, wie du hier den Archer schüssen, den Pfeilbogen hier ausweichst. Und dann haben die jetzt alle Respekt. Ja, man nennt mich auch The German Moon. Also Mond. Man nennt mich auch Mond, ja. So ist es. Leute, Creepjack 3 im Battle.net. Rein da, spielt gegen uns. Ja, der Rudas ist wieder da. Gegen den müssen wir vielleicht mal teamen. Ah, da sind sie. Nobody, Zero Zero und Pleitegeier. Auf geht's. Warte. Stark, nochmal. Auf geht's. Auf geht's. In Discord kriege ich die ganze Zeit Leute, die versuchen zu raten, welchen Spieler wir mit den Ducks verpflichtet haben. Die schreiben mich alle gerade an hier. Ja, soll ich sagen? Weißt du's? Hast du mir das nicht erzählt, Samstag? Nee. Sicherlich. Ja. Weil das am Samstag noch gar nicht feststand. Das hat sich jetzt letzte Nacht so richtig ergeben. Ach. Verdammt, ich dachte, ich könnte dich, äh, trinken. Ich hab dir, du warst am Samstag bei der Verhandlung live dabei, wo, äh, Scars und Leon bei uns verlängert haben. Da war's gut. Trinkt ja nicht mehr. Wo der, der Bro-Clan versucht hat, die beiden abzuwerben, äh, als Angebot mit Bootcamp, äh, im Bierkönig. Hahaha. Ach, die Bro-Jungs, die waren schon gut. Ja. So, was geht hier? Ach, wieder tippen. Ach, Gott. Wäre so funny, wenn Eisig dich hier vertippt hätte. Nachdem ich da gerade so gut performt hab, bin ich jetzt nervös. Ja, ich auch. Ha! Weg damit! Puh. Oh, nächste Runde bin ich raus. Das war, das war mir jetzt schon zu kompliziert. Weil letztes Mal war ich besser im Flow. Ja. Ich war raus. Ich hab mich halt nicht mal verliebt, ich war immer nur zu langsam. hype. Wie ist der Discord von Creepcamp? Ähm, geh einfach auf die Seite Creepjack.de und da, äh, gibt's nen Reiter oben mit Discord, dann kommst du rein. Nein, ich war doch gerade fertig Ach, ich habe meine Szene noch gar nicht umgeschaltet Weil Slash hier die ganze Zeit gelabert hat auch Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren Keep away from the Abom Oh, die sind schnell So schnelle Abombs will ich auch Oh, das sind Minen quasi Oh, Alter Come on Ah, die eine lässt noch die andere Ah, okay Go, go, go Oh, ist das stressig Aber geil, das Spiel ist richtig geil Oh, 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 oh Alter, es sind so viele jetzt Oh, bitte explodiert doch alle, wenn ihr weit von mir weg seid Bitte Oh Huuu Das ist das coolste Spiel, bis jetzt Ja, mit Abstand Oh, go, go, go Da bummst du auch richtig gut Ha, 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 ha Oh, hi Ha Boah, hier war mehr, ne? Ah, ich bin auch nicht mehr sicher Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein Du bist noch, du hast noch Full Hit bei uns Ja, klar Oh, ist das spannend Oh, ist das spannend Ich bin doch so gut, ne? Come on Nein Oh shit Ist er? Dahin? Ist er? Ah! Ah! Aber dann bin ich auch mit weg! Ja, jetzt werden sie sich bewegen, ja. Eieieieieiei! Ja! Ja, Mann! Pum, 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 pum! Bin der Beste! Äh... Okay. Hä? Oha! Achso, ich muss ja nur überleben, ne? Ja, wieso spawnen die denn immer hinter mir? Ja! Die ist built! Hi, warum hauen die denn auf mich auch die ganze Zeit? Autsch, Autsch, Autsch! Nein! Auch bei mir direkt zweimal, Alter! Ja, nochmal! Lekko! Alter, die rennen alle mir hinterher, das ist doch... Das Spiel ist ja auch hier wieder! Aaaaah! Nein! Kann ich mal einer heilen hier? Please! Es gibt... Ach, die heilen sich... Ne, die heilen sich nicht, ne? Ne! Dachte kurz, die Animation war da, aber... Du, Aisy, musst zuerst sterben! Du hast 15 Punkte, du bist Erster! Ja, 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 ja! Die ist voll! Die ist voll! Ooooooooooooooooooooooo! Oh, jetzt rennen sie da mal wieder her, da kommen sie! Boah! Da hat Jules jetzt aber gerettet! Hahaha! Hahaha! Oh shit! Oh nein! Ich mach' um den genau da, wo ich langlaufe! Du Pimmelnase! Drei noch drin! Aisy tot! Ist gut! Zwei noch! Ihre Reiszeit und nobody... Oh, ooooaaah! Wie ebenfalls! Oh, wie es so mies! Du rennst weg und denkst, du bist safe, aber auf einmal sind sie da wieder die Ficke! Jetzt sind wir wieder hier überleben. Ich bin jetzt einfach der Krebs. Possession auf dem Krebs. Ich weiß nicht, ob das schlau war. Keine Ahnung. Ich verstecke mich hier unten. Aber kommt man da wieder raus aus der Krebs? Form? Das Game raff ich nicht. Das ist so dumm, Alter. Du findest das super lustig, ne? Ja. Nein, ich wurde entdeckt. Scheiße. Ich war der Critter, Mann. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Scheißdreck. Ich raff das nicht. Ich dachte, ich bin ja einfach schlauer und bin der Critter. Aber ich habe nicht mit eurer Blutrünstigkeit gerechnet. Okay, also ich bin auf jeden Fall sackschnell. Eisig gekillt. Ich raff das nicht. Ich raff das nicht. Was soll man denn? Wie soll man das denn gewinnen? Die Krebse sind alle hinter mir her. Das ist doch doof. Ja, übernimm doch mal einen Krebs. Ich bin ein Krebs. Achso. Die sind trotzdem hinter mir her. Ja, das verstehe ich nicht. Das verstehe ich gar nicht. Da haben die Dinge einfach nichts gemacht, ne? Die sind einfach Banshee geblieben. Ja. Ich hatte aber Lust auf Krebs sein. Ja. Viel tanken dann übernehmen. Ja, das macht Sinn. Bist du Sternzeichen Krebs? Nee, ne? Ja. Ja, doch. Bist du? Ja, ja, ja. Kennst du dich damit aus, mit so einem Quatsch? Nee, nicht wirklich. Also ich kenne so die üblichen Klischees, die man teilweise sagt, aber das war es auch. Das ist ja ganz großen Blödsinn. Das wird aber irgendwie modern gerade. Das ist ziemlich beängstigend. Ah. Wenn sich die Gesellschaft wieder dahin zurückentwickelt, dass man ein Sternzeichen glaubt, dann Prost Mahlzeit. Ich will Verschwörungstheorien, der ganze Blödsinn, der ist halt, äh, aktuell irgendwie im Trend, leider. Ich bin ein Freund der Wissenschaft. Das Spiel ist doof. Weil ich verloren hab. Ah, Tower. Bei uns alle dreckigen Kerlen dauer. Ich frag mich, was hier das richtige Balance ist. Ja, ja, ich bin schon wieder tot jetzt, ey. Ich bin schneller. Nein. Nein, nein, nein. Warum kann ich denn da nicht hin? Ich bin auch so... Alter, warum bin ich so hurt? Ah. Finish. Es. Ich will dich kaputt haben. Nein. Ha. Ich glaub, der Nobadoo ist nicht von uns. Also die Highest Range hat der Arcane Tower. Ja, ja. Auf eisig die ganze Zeit. Weg mit dem. Nein. Weg mit dir. Aber ich hab eisig gekehlt, das ist gut. Ah, jetzt kriegt der Rudas die Führung, weil ich zu blöd bin, die richtigen Tower zu bauen. Raff das Game nicht. Ich hab jetzt einfach nur Arcane Tower gebaut, die ganze Zeit. Der Piranha ist gut. Gefällt mir. Dann mach ich mir nachher noch mit schönster Arbeit für die Nacht. Drei Spiele noch. Zweiter Platz. Auf geht's. Oh Gott. Oh weia. Mir wird geschoren. Wo müssen wir denn hin? Und zum sicheren Zirkel wahrscheinlich. Ha. Als du willst, alles scharf. Man kann nicht erkennen, welcher ist Izi. Die kann hier nicht blocken. Izi ist schon tot, glaub ich. Ja. Oh, das ist knapp. Ich dachte, ich kann dazwischendurch abkürzen, aber ich hab nicht mitgerechnet. Ha. Zweiter. Rudas auch smart einfach die andere Seite genommen. Da kann einem keiner was. Jo, das war schlecht. Das war schlecht. Das war schlecht. Ach, wir hier überleben. Brokkolis. Okay, da hast du gerade vor Angst geschrien, weil eine Elf-Unit kommt. Okay, man kann aber zumindest erkennen, wo die gezaubert werden. Ich bin hier wieder geblockt. Komm, hau dich doch mal jetzt mal kaputt da. Jemand. Der Rudas, der blockt dich wieder. Das ist ein frecher. Aber diese Sounds machen mich wahnsinnig. Hup, 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 hup. Das klingt fast zu brutal wie Benni. Top drei. Ne, Top vier. Der Rudas steht einfach nur rum. Der macht gar nichts. Komm, krieg die Prügel dafür. Krieg die Prügel. Krieg die Prügel. Ah, schon wieder gewinnt der. Schon wieder gewonnen. Alter, 47 Punkte ist auch drauf. Den müssen wir bannen, der ist zu gut. Ja. Oha. Ich bekomme hier gerade Besuch. So. Ah, nein. Was muss man hier machen? Nach sieben Sekunden draufdrücken. Wo drauf? Auf den Tower. Ach so, gut. Also der sagt an so, äh, klick mich nach sieben Sekunden und dann musst du dann halt so dicht dran kommen wie möglich. Ich war viel zu schnell. Ich war viel zu früh. Aber nicht letzter. Okay. Ah, doch. Ich hab 0,99 war ich. Ich war viel zu. Da hab ich... Ich hab mich nicht konzentriert. Ach, nur eine Runde? Ich dachte, das geht dann so... Wir sind jetzt hier übrigens zu dritt auf dem Stream. Ach, hi Hund! Na? Ach, das war's. Verdammter Rulas. Ja, echt. Mieses Schwein. Österreicher mag keiner. Ja. Trashwinner. Benni hat gewonnen, würde ich sagen. Ja, Benni gewinnt immer. Der muss nix machen, wird von allen lieb gehabt, kriegt immer Essen for free. Will der Ruder noch eins aus? So. Ja. Ja, ja, ja. Traurin-Tragedy. Kann ich... Ah! Oh! Alter! Ist ein bisschen wie Fugman Frenzy, wenn alle TC spielen würden. Ja. Oder don't move your Tauren, wenn alle den Tauren moven. Es... Lass mich in Ruhe. Ich hab kein Mana mehr. Zu viel... Rausgespammt einfach. Aber... Aber die Wave hätte ich schon gerne 1-on-1 auch. Ja, die ist sehr satisfying. Oh, ich bin surrounded! Ah, yo. Du blockst mich! Du blockst mich! Jetzt stompt er mich auch noch. Kann ich nicht angreifen? Du stirbst fast. Du stirbst schneller. Du stirbst auf jeden Fall schneller. Nein! Come on! Come on! Haut den doch! Den Ösi! Ja, Mann! Noch zwei übrig. Make Short und Reißzeit noch übrig. Dem gönne ich das beide. Ui, das war eine schöne Shockwave. Ich glaub, die Shockwave ist normal. Nur die Footies sind so stark, wie sie sein sollten. Ja, ja. Ist klar. Mit 15 HP. Okay. Okay, machen wir noch. Ah, wir haben noch 10 Minuten. Das ist, würde ich sagen, können wir noch eine Runde der Schwächste Fliege spielen. Kann man machen. Abschlussrunde, Freunde. Wer kann am besten, ich hab das, die Map nicht mehr. Wer kann am besten Warcraft-Geräusche raten? Ich sag dir gleich, ich bin da ultra schlecht drin. Also ich war früher auf jeden Fall besser, seitdem die teilweise ja die neuen Sounds mit drin haben, bin ich mir auch nicht mehr so 100% sicher. Wow, ich habe eine Million Versionen von Janis Karnes. Ja, ich auch. Und was haben wir? Creep Jack 4. Off! Aha, ich sehe es nicht. Ah, jetzt. Worum es hier geht? Äh, Hauptperson in der Mitte sagt einen Sound an, zum Beispiel Work, Work. Und da müsst ihr draufklicken, was das für eine Unit ist. Genau. Ja, und der Letzte, der es auswählt oder der es halt falsch hat, der fliegt raus. So ist es. Stehen alle Units da und ihr müsst dann auch draufklicken, welche Unit diesen Sound sagt. So, deswegen müssen wir jetzt auch ein bisschen ruhiger sein, können nicht die ganze Zeit reinquatschen. Ist so. Wir haben noch ein paar Slots, Leute. Sechs Slots sind noch da, wenn ihr Bock habt. Wer hat Bock? Wer möchte mit uns spielen? Wer möchte mit uns lustige Geräusche raten? Creep Jack 4. Jo. Achso, Bruder, hast du es nur gewechselt. Der Geier ist wieder da. Der Papu. Vier noch. Sagen wir, geben den Leuten noch eine Minute. Manche müssen vielleicht ein Warcraft starten. Der Passant, der MC Knödel ist back. Zwei noch. Komm, das Ding machen wir voll hier. Lasst uns nicht hängen. Zwei, vier noch. Ja, McShort. McShort. Jetzt geht hier schon jemand. Zwei noch. Leute. Sie sind verwandt? Knödel und Schort? Sind beides Schotten. Jawohl, da haben wir es doch. Der Passant und der Tigrim. So, auf geht's. Welcome to the weakest link. Ich muss dich fast muten. Nee, nee. Das geht schon. Spielt das jemand mit Reforge-Grafik? Wer ist der Mugambe? Das ist natürlich bei dir auf dem Stream auch die englischen Sounds und bei mir die deutschen dann, ne? Ah. Das ist unfair. So geil, dass die die original Sounds drin haben und so. Ich bin der Panda. Das passt zu dir. Ich bin der Grom. Hallo. Ja, der Ruler ist natürlich Expert. Will nur showoffen. Keiner mag Rulers. Chat, wenn ihr mir helft, hab ich euch lieb. Psst. Ruhe. Passiert auch nix. Hast du schon? Nee. Nee, auch nicht. Nein. Ah, okay. Hunter Griffin, hätte ich nicht. Ich hab ja auch nie einen Griffin gespielt in meinem Leben. Let's play. The weakest link. Start the clock. I will aid you. Nee. Mich deppert. Oh, falsch. Ah. Got it. Ah, ja. Hab's. Dark Ranger, ne? Ich hab erst Benchy genommen. Ich auch. Genau gleich. Let's play. The weakest link. Die, 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 die. Start the clock. This is the hour of the Scourge. Äh. Äh. The Scourge. Ja. Verdammt, Alter. Wieso weißt du das? Buerker. Ah. Der Ecolide war's. Ja. Okay, aber besser keinen Punkt, als Punkte verlieren. Nein. Nein. Oh, ich hab... Nein. Oh, ich hab dreimal falsch, Scheiße. Ich auch, Nachtelfen, ey. No Elf. Ach so, Sch... Ich war mir so sicher, das ist ne Nachtelfen. Ja. Oh, das muss ich wissen. Ja, Mann. Wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ich find ihn. Wo ist er denn? Ja, mach doch die Augen auf. Ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Paladin. Oh, wer fliegt raus? Da haben Leute null Punkte. Ich glaub, die sind er's. Ich hab 8, 4. Oh, Papu hat 0, 9. Tigre mit 9, Alter. Heftig. Okay, Papu ist raus. Also, es fliegt immer der, 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 äh, der Letzte ist und dann geht's in die nächste Runde. Jo. Dauert ja ewig mit 12 Leuten. Aha. Fuck. Das hab ich nicht gedacht. Oh, ich hab falsch. Scheiße. Ja, Mann. Äh. Es sind wieder die... Oh, fuck. Einmal falsch. Oh. Ja, Slash. Jetzt hau einen raus. Da muss was kommen. Oh. Boah, echt? Oh, ich dachte, es wäre ein Undead. Ich hab Crypt Lords gedacht. Start the clock. Have one on the house. Ah, okay. Äh. Ja, Mann. Alle richtig haben. Das ist klar. Oh, Reiszeit hat's falsch. Alle anderen haben's richtig. Oh, Reiszeit ist zweimal falsch. Oh, das tut weh. Dreimal falsch. Oh. Der Changer hat auch alles falsch. Einfach die ganze Zeit im Chat. Aber ich glaub, Changer macht das auch absichtlich. Start the clock. Out with it. What? Out with it. Ssss. Ja. Oh, fuck. Zweimal falsch. Ich glaube, den setz ich aus. Das weiß ich nicht. Haut ihr mal eure Punkte weg. Das hätte ich im Leben nicht gewusst. Ich hab Priest oder Spellbreaker versucht. War eigentlich schon eine Ork-Unit? Start the clock. Bad noise. That's a bad noise. Ja. Wo ist das Ding? Äh. Ich seh ihn nicht. Nee, falsch. Du bist falsch. Nein, ich war doch schon fast da. Ich hab den Tank gesucht, aber der ist nicht im Game. Äh, Tinker war's. Ja. Start the clock. Feel the ground tremble. Äh. Nein. Feel the ground tremble. Nein. What? What? Ich hab auch zwei Fall... Okay, ich hab dreimal falsch. Hahaha. What? Wir sind so blöd, ey. Warum denn... Warum sagt er denn sowas? Ich hab Tauren. Ich auch. Und TC dann genommen. Ja, genau. Who is it that needs the lead is back without an A? Ah, okay. Reißzeit ist raus, glaub ich, ne? Ja. Hab ich auch Glück gehabt. Hab ich aber noch Glück gehabt, dass die anderen noch schlechter waren, wie wir, glaubst. Jo. You are the weakest link. Goodbye. Junge, Junge, diese Runde geht ja noch Jahre. Start the clock. Ah. Begon, Spawn of Darkness. Begon, Spawn of Darkness. Oh, der war wichtig. Oh, der war wichtig. Oh, ja. Ich hab ihn auch. Ich hab ihn auch. Ich dachte, er ist vielleicht hier, äh, Talon oder so. Hahaha. Nein. Nein. Na, hast du? Hast du? Hast du? Oh. Oh, fuck. Hat er nicht. Hat er nicht. Ich. Oh, ich hab, ich hab MK genommen. Oh, 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 oh. Let's play. The weakest link. Start the clock. Fear the Reaper. Ich hab ihn erwischt. Nein, Alter, was ist denn los mit mir? Ah, diese Kat-Eckeleins, ey. Let's play. The weakest link. Start the clock. Na, wen erwischt es jetzt? I shall not fear. Hä? Äh. Hm. Ja. Ist da nicht jemand rausge... Hätte da nicht jemand rausfliegen müssen? Ne, nächste Runde. Hä? Ach, einmal links daneben, einmal rechts daneben. Peasants ist raus, glaube ich, ne? Oh, drei Punkte nur. Die werden sich auch nicht gemerkt, die Punkte, ne? Dass man so eine Overall-Statistik hat. Ne, ne, ne. Ist jede Runde neu. Witty, thank you for the host, mate. We're embarrassingly bad at weakest link. Okay. Weakest link. Start the clock. Oh, jetzt. Jawohl. Nein. Nein. Ihr habt so eine dirty... Nein. Das ist nur die eine. Ah, verdammt, ey. immer Nachtelfen und so. Ah. Das ist nur eine von euren Leuten, oder nicht? Oh. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich will keine Punkte verlieren. Ah. Okay. Ich habe Raider getippt. Ich war kurz auf Grunt, aber habe dann gedacht, ich will keinen Punkt verlieren. Das war so eine neue Soundfall. Ja, das muss ich wissen. Die habe ich jahrelang gespielt. Ja. Hab ich. Sagen die nicht auch irgendwie... blödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd ich habe ein verdacht wo ist frost mal wenn man es braucht ich habe wieder genommen das wird knapp für mich glaube ich an 0 11 12 2 m short ist gut ja wir sind mit 12 gestartet jetzt sind wir noch acht oder so ein drittel ist vorbei 1 2 3 4 5 6 7 ja das dauert lange weine ich habe wieder raider genommen ich zuerst auch das habe ich schon mal gemacht er muss jetzt gebannt werden mal auch verdammte axt nein zwei mal falsch power of the light burn warum er hat wegen inner feier 05 ja okay ja gut dann haben sie alle aber wirklich ok ich glaube das ding noch mal ein fluggeräusch gemacht am ende nein instant warum ich bin halt nur nur aber jetzt wird es jetzt wird es langsam richtig knapp hier ja man ist ich bin raus nee tiebreaker oder ja oh ich hasse rulas Oh nein, oh nein, oh nein. Nein! Nein! Nein, das war so krass. Aber er hat einfach nicht geantwortet, ne? Doch, ich weiß es nicht. Ich glaube, er hat richtig getippt, oder? Nee, er hat einfach gar nicht geantwortet und du hast falsch. Nee, ich glaube, er hatte fünf vorher. Okay, jetzt hat er sechs, Richtige. Ist fair, ist fair. Er hat das richtig gemacht, glaube ich. Ah! Wir hassen Rulers. Ja, okay. Fast alle direkt. What is it? Ja, weitermachen. Ah. Ist jetzt natürlich wie ein Zuschauer doof. Na? Ah ja, okay. Da muss ich aber jetzt echt überlegen. Aber hörst du die Sounds? Ja, ja, ja. Ich kann auch mitraten. Es steht da immer Nope oder Yes. Okay. I guess I can. Oh, wieder McShort. Einfache Punkte liegen lassen. Drei Leute mit 9-0 aktuell. Das ist eine einfache Runde, jetzt wo ich raus bin. Ich hab's richtig. Ich hab's richtig. Ich will nur sagen, ich hab's richtig. Wenn in doubt. Jedes Mal. Ja, wenn man im Zweifel ist, ist immer der Demon. Start the clock. I shot the sheriff and the deputy and your weird doggie too. I shot the sheriff and the deputy and your weird doggie too. Oh, mei. Autsch. Oh, Slash. Oh. Oh, Slash. Du bist. Oh. Ich bin raus, ne? Das sieht nicht gut aus. Who is it? Ja, ich glaube, es wird. Ja. Ah. Ah gut, dann können wir aber jetzt einfach so mitraten. Ja. Immerhin. Top 10. Ja. Würde mich mal interessieren, wer da gewinnt, wenn wir jetzt mal mit Florentin spielen. Weakest link. Start the clock. Ahaha, it sounds good to me, man. Ja, okay. This is Bad Rider. Jo. Ach ja, jetzt können wir es ja auch sagen. Ja, klar. Ja, ja. Immer wenn das Rastermann is und dann Bad schreit. Aber Trolle ist gefährlich. Ja, da kann man sich auch mal versehen. Start the clock. Side effects may include dry mouth, nausea, vomiting, water retention, painful recollection, hallucination, dementia, psychosis, somatat, and halitosis. Magic is not for everyone. Consult your doctor before you... Fast sagen Priest. Ja. Der Spellbreaker, oder? Ah, okay. Priest. Ich hätte Bloodmatch als Spellbreaker gesagt. Jetzt, wo ich raus bin, weiß ich alles. Nicht fair. Äh, dann Demon Hunter. Nope. Ah, Akeleid kommt auch oft. Benji. Jo. Nope. Und Dark Ranger? Ja. Ja, Dark Ranger dann, ja. Ja, 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 ja. Die sind aber auch super ähnlich, ja, genau. Ja, ja. Let's play The Weakest Link. Start the clock. The horse kicked me once. Ja, okay. Die Creepjack-Folge, äh, die Creepjack-Line. Also übrigens auch eine neue, also im Deutschen ist das ein neuer Sound, das ist nicht der alte. Weg mit dem neuen, wir wollen unser Classic. Oh, ich glaub, ich glaub, es ist Zeit für unseren Ösi zu gehen. Ja, wer ist es denn? Aber Isi ist ja noch drin, ey. Alter, McShort, 15-0. Der hat sein ganzes Leben nichts anderes gemacht als Warcraft Units angeklickt. Zwei jedes Spiel verloren, aber er kann jeden Sound. Ja, er kann jeden Sound. Äh, Sorceress, ne? Ja. Die klingen dem Deutschen immer so dirty. Ewig keine deutsche Version mehr gehört. Start the clock. Das ist relativ easy. Der Beast-Master, wenn er so auf Beast sagt. Okay, das dürfte, äh, Bürokopter sein. Ja, Mann. Flying Machine. They came from... Nein! Let's play The Weakest Link. Start the clock. Ha. Yes, my friend. Äh. Ist doch irgendein Elf wieder, ne? Äh. Hehehe. Ich weiß es nicht. Ist ein Elf. Grob gesagt, ist ein Elf. Oh, der Pleitegeier, der muss performen jetzt. Yes. Äh. Grant? Ja. Ja. Musst du erst zweimal draufdrücken. Äh. Aber jetzt haben wir es. Rip, sagt der Pleitegeier. Ja. Top vier. Mac Knödel, Mac Short, Tigrim und Izi. Oh, wer schafft es aufs Treppchen? Aber, die, die da unten, also die, die zwei Meckes und der Tigrim, die sind echt verdammt stark. Trau ich Izi nicht zu, dass er es reißt. Du bist der weakest Link. Goodbye. Auf geht's, Meckes, Leute und Tilgrim. Soon, we will reclaim the surface world and take vengeance upon the night elves. Ja, das finde ich gut. Ah, verdammt. Naga, okay, ich hätte jetzt Dark Ranger gesagt. Ich habe Fiend angeklickt, warum auch immer. Das muss jeder haben. Oh, ne. Ich hätte jetzt Fiend gedacht zuerst. Und es ist Kripplord, ne? Ja. Oh, Izi, letzter Platz mit Tigrim. Loser. Mac Short, Walter, der dominiert einfach alles. Ja. Okay, Pfeil, ne? Boing. Haut sich da Ärger zusammen? Gar nicht, ich habe so viel Rund, glaube ich. Izi, Tigrim. Äh. Äh. Was ist denn mit dem Priest los? Ganz schön. Akron. Das ist mal. I hate you, I hate you. Call me. Sehr guter Sound. Benji. Oh, das ist spannend. Wie viele Runden sind es noch? Eine? Die letzte, jetzt, äh. Stechen zwischen Izi und Tigrim. Oh, das ist spannend. Go Tigrim, go Tigrim, go. Tiebreaker. Ist das spannend. Ja, okay. Oh, das war damn schnell. Tigrim. Tigrim wird damn schnell. Tschüss, Izi. Wie war das? Jetzt kannst du aufgeben. Bla, bla, bla. Wieder nur am Labern, der Junge. Jetzt, äh, Mac Short, Mac Knödel und Tigrim noch drin. Top 3. Krasses Knowledge von denen. Aber ich weiß nicht, wer Mac Knödel, äh, Mac Short schlagen soll. Der ist ja unnormal. Ja, der ist schon gut, ja. Jede Runde einfach. Ja. Egal was. We're all spirits in the material world. Äh, äh, Shade? Nope. Und Mac Short gleich 3-0 sofort draufgeklickt. Äh. Äh. Gryphon? Ja, Gryphon. Ah, ach ja, schottischer Akzent und fliegend, ja. Ja. Mac Short 6-0. Ja, klar. Naga. Ja? Ja. Ja. Mac Short 9-0. 9-0. Ja, der ist schon hart, ey. Bei Tigrim merkt man die Nerven. The weakest link. Start the clock. I said a bowstring, not a G. Never mind. Ist wieder hier die dirty Olle, oder? Nee, ist nicht. Nee, nee, nee. Wegen Bogen und so. Mac Short 12-0. Wegen Bogen und so? Also bei mir ist es, bei mir hat es gesagt, Menschentöter, nicht Liebestöter. Achso. Ah, okay. Der Anruf. Bei mir sagt die Archer, I said bowstring, not gstring. Ah, okay. Alter, 15-0 der Shorty. Krass, ey. Dankeschön an Rice für den Sub. Okay. Finale. Mac Shorty gegen Mac Knödel. Jetzt, wer hat seine Nerven besser im Griff? Ist die große Frage. Wer hat ein besseres Ohr? Äh, Tinker. Äh, ah, ja. Oh, Mac Knödel mit 0-3 gestartet. Und Mac Short traut sich nicht, was zu sagen. Beide starten mit 0. Ist das spannend. Aber mit Short in Führung jetzt. Raider. Korrekto. Ich hätte vielleicht erst Beastmaster gesagt. Oh, Mac Knödel 04. Oh, das ist schon. Ah, das sind die Nerven. Das sind die Nerven. Der Choke. Korrekt. Start the clock. Ich summons. Äh. The fuck? Okay, Beastmaster. Warum? Da hat aber auch keiner von den beiden gewusst. Aber 0-6 gegen 6-0. Ja, das ist mies. Ich bin der fünfte Beetle. Haha. Ja, fehlt. Ich bin der fünfte Beetle. Nee. Nee? Ah, okay. Ah, wegen Beetle. Ja, klar. Auf soll ich sagen, darf ich zu euch unter die Bettdecke krabbeln? Was? Bei mir hat er gesagt, ich bin der fünfte Beetle. Haha. Das ist der Spiritwalker, ja? Ja, Mann. 9-0, Mac Short. Alter Schwede. Das ist krass. Der Mac Short Sick. Krass, ich hatte selten einen so guten Spieler bei Weakest Link wie heute Mac Short. Ja, der war echt übel. Not bad. Adi ist draufgehabt. Minimal Respekt an Izi. Der war auch nicht schlecht. Mac Knödel bis aufs Finale auch richtig gut gespielt. Nice. Das war stark, stark. Ist so. Gut, Leute, so langsam muss ich los. Ich hab den Nachtdienst jetzt gleich. Slash, was geht denn am Wochenende auf deinen Streams? Ich weiß noch gar nicht, ob das wirklich so viel geht, wie gesagt, gesagt, weil ich hab ja jetzt Nachtdienst. Ich komm Samstagmorgen raus aus dem Stream. Was ich sag, und am Samstag nehmen wir Thinkpäckchen auf. Also Podcast-mäßig geht viel. Es gibt eine neue Folge Podlast, den man sich anhören kann, der Walk-Off-Podcast. Und Thinkpäckchen kommt am Montag, die neue Folge. Der wird am Samstag aufgenommen. Ja, und Sonntag, wie gesagt, hab ich nicht so wirklich viel Zeit. Deswegen hab ich Stream-Technisch. Bei mir ist gar nicht so viel los. Aber im Podcast könnt ihr gerne, gerne reinhören. In beiden. Da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Die Halloween-Folge passend zu Halloween. Bei uns gibt's Show-Cup. Es gibt Colorful gegen Fly. Dann der Sieger trifft auf Lynn. Und der Sieger trifft auf Happy. Es wird crazy. Natürlich auch unser Weekly-Cup am Freitagabend. Und dann sehen wir uns Montag mit irgendwas bestimmt auch noch mal. Ähm, schöne Grüße an Florentin. Der muss sich auskurieren. Dem könnt ihr vielleicht mal nette Nachrichten auf den Socials droppen. Ansonsten guckt Sparta am Sonntag, ähm, für seinen... Und jetzt raten wir Teddy, der jetzt endlich einen PC hat. Und ihr lasst dem alle Follows da, damit er hier schön Affiliate wird. Okay, ich hab... Ich rate es Sparta, glaub ich. Ach, der streamt auch, ne? Der streamt nämlich auch. Okay. Ja, ich mach Teddy. Du machst Teddy, ich mach Sparta. Dann ist das alles gut aufgeteilt. Freunde, vielen Dank fürs Einschalten. Habt einen wunderbaren Tag. Äh, und ne gute Woche. Und bis bald. Bis bald.